Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson Horts. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. An meiner Seite erst mal den Hauke. Hauke, ich grüße dich. Hallo Piwi, hallo liebe Zuhörer. Hauke, du hast dir einen Gast gewünscht, der heute mit dir, ich sag jetzt mal wie so ein Sparringspartner, zusammen im Boxring steht. Der mit uns quasi über The Old World spricht. Und dieser jemand hat ja durchaus Erfahrung in der alten Welt. Denn er bezeichnet sich auch als Hüter der alten Welt. Ich heiße ganz herzlich auf unserer Station den lieben Balduin willkommen. Hallo Balduin. Hallo alle zusammen, liebe Hobbyleute, ich möchte es ganz gerne sagen. Und ihr habt eine interessante Brücke hier. Also finde ich eine coole Sache. Du hast die Reinigungsroboter noch nicht gesehen, wenn die aus der Wand kommen. Also von daher, das ist ein Highlight. Wow. Weißt du Bescheid? Ja, ja. Wir investieren auch immer. Ja, so eine Station will gepflegt und gehegt werden und so weiter. Wenn man damit tausende von Welten erkundet, dann hat man hier auch dementsprechend auch so eine gewisse Pflicht gegenüber seinem Eigentum. So wie man so schön sagt, Eigentum verpflichtet. Freut mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Okay. Sag doch mal eben, was machst du denn eigentlich so? Also ich habe gerade schon mal gesagt, du bist der Hüter der alten Welt. Und da wissen Hauke und ich auf jeden Fall Bescheid, was du machst. Aber vielleicht erzählst du den Leuten einfach mal da draußen, was du denn quasi als Hüter dir auf die Fahne geschrieben hast. Was machst du eigentlich so? Also um das jetzt mal jemandem zu erklären, der das noch so gar nicht kennt, so die alte Welt, die Warhammer-Welt, sage ich mal. Weil das war eine Fantasiewelt, die von Monstern, von Menschen, von Kreaturen, von Magie bewohnt und bevölkert wurde. Die wurde dann zerstört von einer gewissen Firma, sage ich mal so, die das Ganze supportet hat. Und ja, ich selbst als Hüter der alten Welt, ich liebe dieses Spiel, habe dieses Spiel schon immer geliebt. Und als es zerstört worden ist, habe ich mir gesagt, nein, für mich existiert diese Welt weiter. Und ich habe über diese Jahre hinweg, wo diese Welt praktisch nicht mehr supportet wurde, nicht mehr darüber berichtet wurde, man nichts mehr auf irgendwelchen Spielemessen darüber gefunden hat oder sonst irgendwas, also irgendwelche neuen Geschichten, neue Figuren etc. Habe ich gesagt, nein, ich bin der Hüter der alten Welt. Ich halte die Fahne bzw. die Fackel halte ich hoch und habe über diese vielen Jahre, ich glaube, acht oder neun Jahre waren es jetzt, habe ich gesagt, nein, die alte Welt kommt wieder. Ich weiß es, ich glaube fest daran, ich bin überzeugt und ich prophezeie es sogar. Und ja, seit einigen Jahren, wie gesagt, nennen mich halt viele den Hüter der alten Welt. Also ich habe den Namen nicht selber gegeben, den hat mir irgendwann jemand mal so aufgedrückt und ich habe den halt einfach übernommen. Und ja, ein bisschen zu erkennen, sage ich mal, wie so ein Zwerg, der in so einer alten, ruinösen Zwergenfestung steht. Alle sind weg. Riesige Metalle mit Spieltischen, leere Tresen und ja, hier und da noch ein Lichtchen. Und ja, und jetzt kommen sie alle wieder zurück. War Warhammer Fantasy denn, sage ich jetzt mal, das einzige Tabletop, was du gespielt hast oder hat auch noch dein Herz für was anderes geschlagen? Ja, also ich habe noch so andere Hobbybereiche gehabt, aber auch mit Figuren. Also einmal so wie Mortheim müsste vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff sein, was ja halt auch in der alten Welt spielt. Das ist so ein Scharmützelspiel, also ein Skirmisher. Dann Hero Quest, das dürfte auch noch ein viel Begriff sein. und das Scharmützelspiel Armalion vom schwarzen Auge. Das sind so die Bereiche, auf die ich mich, sage ich mal, so stärker fokussiert habe. Das über all die Jahre hinweg habe ich das so für mich so fokussiert. Also warst du nie wirklich weg aus dem Hobby? Nee, ich war nie wirklich weg. Es gab zwischendrin mal so eins, zwei Momente, wo ich beinahe gesagt hätte, wisst ihr was, kratz mich alle an Buggel, ich bin raus. Aber irgendwie habe ich es nie übers Herz gebracht, weil ich doch so eine enge Bindung zu diesen kleinen Miniaturen gehabt habe, die mich einfach nicht mehr losgelassen haben, die Welt nicht mehr losgelassen hat. Und irgendwie, ich liebe diese Welt und ja, ich kann halt nicht vonlassen irgendwie. Dann haben wir heute auf jeden Fall eine wichtige Grundlage und auch eine breite Grundlage, auf der wir natürlich diskutieren können. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Hauke, ich würde mal eben zu dir rübergehen. Unseren kleinen Intro-Teaser, den wir gemacht haben, der ist ja angelehnt an eine Star Trek Next Generation Folge und zwar Déjà-vu. Wie ist es denn dir überhaupt ergangen, als du plötzlich den To-W-Release quasi denn erlebt hast? War das für dich ein Déjà-vu plötzlich? Zunächst einmal ganz, ganz beim Intro sagtest du ja, weil du ihn und ich wären ein gutes Sparring-Partner. Das ist so nicht zutreffend. Es wäre absolut ungebührlich und völlig unbotmäßig mit dem Hüter der alten Welt mich zu schlagen. Ich denke eher, dass der Hüter der alten Welt und ich ein gutes Tech-Team geben werden. Denn auch ich bin ein glühender Liebhaber der alten Welt. Und bei mir ging es allerdings damals anders. Als Games Workshop die Welt zerstört hat, ich habe das ja schon mal erzählt, aber ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Es pfiffen natürlich eigentlich alle Spatzen vom Dach vor mit den Endtimes, aber es war für mich unvorstellbar, dass die die Welt zerstören. Ich dachte immer, irgendwas kommt jetzt, mal gucken, wie es weitergeht. Aber dass die einfach, also auch ernsthaft den Planeten sprengt, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich war davon so enttäuscht und ich war so traurig, dass ich fast über fünf Jahre lang mich überhaupt nicht mehr mit Games Workshop auseinandergesetzt habe und gegen die auf wirkliche Embargo gefahren habe. Ich habe keine Games Workshop-Produkte mehr gekauft. Und als dann herauskam oder bekannt wurde 2019, dass die alte Welt mit TUW vielleicht zurückkehren würde, das musste ich auch erst mal sacken lassen. Also das war nicht, dass ich da auf einmal in Begeisterungsspümmen ausgebrochen bin, aber ich habe das natürlich dann interessiert verfolgt. Und im letzten Jahr, da habe ich dann, als wirklich abzusehen war, dass da jetzt wirklich was kommt, dann habe ich ja dann mit Rankin-Files 22, nee, vorletztes Jahr schon, Rankin-Files 22, also Oktober, nee, es war Sommer 22, da habe ich ja angefangen, meine Vampirfürsten-Armee wieder aus den alten Kartons rauszuholen, zu entstauben, zu entgraten, anfangen aufzubauen und so weiter und so fort. Und seitdem gibt es für mich gar nichts anderes mehr. Ich habe zwischendurch mal One-Page-Rules gespielt, Ok, wunderbar, aber das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist die alte Welt. Dann würde ich das Ganze ein bisschen abändern, meine einleitenden Worte euch gegenüber. Dann seid ihr das Tag-Team und ihr steht in einer Ecke und in dem Ring stehen alle bösen Kommentare, alle Leute, die Games Workshop dann mit The Old World richtig die Pest an den Hals gewünscht haben und so weiter und so fort. Und ja gut, vielleicht schafft ihr es ja heute Abend. Ich kann das schön zusammenfassen. So Hauke und ich, so wie Godrek und Felix, Rücken an Rücken umzingelt von Tausenden der Rattenmenschen, sagen so, Godrek oder Hauke, sie haben uns umzingelt. Und dann sagt dann Hauke, gut, dann kann uns wenigstens keiner entkommen. Ja, so könnte man es auch sehr, sehr schön darstellen. Dann freue ich mich auf das Ende des Abenteuers, wenn ich in der Taverne endlich sagen kann, Kähner, zwei Bier und eins für Balduin. Ah, wir sind schon mittendrin. Das ist sehr schön. Balduin, sag doch mal eben von wegen so, was ging denn bei dir gefühlsmäßig ab, als du plötzlich wirklich gehört hast und gesehen hast, dass Games Workshop die alte Welt wieder auferstehen lässt? Das war ein sehr intensiver Moment. Also klar mit den Endtimes-Büchern, weil Endzeit, ganz klar, war ja schon eine dicke Ankündigung. Ich habe da aber irgendwie so meine ganz eigene Sache gemacht. Und zwar habe ich in dem Moment, als sie gesagt haben, okay, die Welt ist zerstört, also ich habe das vierte Buch, genau, das sind vier Bücher insgesamt. Und da habe ich dann gesagt, ne, ich schreibe meine eigene Geschichte. Und ich habe dann im, ich habe mir so eigene Fan-Fiktionen geschrieben. Und meine Geschichte, die ging dann im Jahre 2523, ging dann weiter. Und zwar war für mich dann dieser Sturm des Chaos, hat dann losgebrochen, das Chaos, Dämonen, die ganze Welt. Also das, was in Endtimes praktisch gesagt wurde, was sie halt geschrieben haben und was alles so passiert und so weiter, habe ich für mich umgedichtet. Und ganz am Ende dieser epischen Megaschlacht zwischen den Mächten der Ordnung und den Mächten der Zerstörung, da kommt dann, sage ich mal so, ein letzter Überlebender der Alten auf einem Sternenwagen daher und zerstört dieses Tor, durch das diese Chaosmächte da reinströmen und tauscht das Ganze aus gegen einen Monolithen der reinen Acht-Magiewinde. Und somit hat halt, sage ich mal so, das Gute gerade so den Kampf gegen das Chaos gewonnen. Die alte Welt lebt, also weiter. Und das war so meine Intention zu sagen, nö, ist ja schön, dass Games Workshop die Welt gesprengt hat. Ich mache es nicht. Ich habe jetzt gesagt, die Guten haben gewonnen, weil ich es kann. Und ja, ich habe dann also meinen eigenen Zeitstrahl, sage ich mal so, geschrieben. Und das war auch irgendwie so ein bisschen notwendig, weil ich wollte diese alte Welt einfach nicht sterben lassen. Ich wollte einfach weiter darauf aufpassen und wollte halt auch vielen Leuten sagen, die diese Welt geliebt haben oder immer noch lieben, so wie ich. Also nein, für mich geht es weiter. Ich habe hier meine Armeen, ich habe hier meine Regeln, ich mache noch Spiele, ich habe noch ein paar Leute, mit denen ich das spiele und habe dann versucht, die Menschen mitzunehmen, die gesagt haben, nein, ich bleibe der alten Welt treu. Und das war schon, es war ein sehr bewegender Moment. Und das war auch der Punkt, wo ich beinahe gesagt habe, wisst ihr was, Games Workshop, kratz, geschmarrn, buggel. Aber das war so, da waren dann ganz viele Leute, die dann mir auch dann Nachrichten geschrieben haben und gesagt, nee, Ball, die E-Mail, komm, mach weiter und bitte nicht. Und da waren manchmal sehr rührende E-Mails dabei, wo ich sagen muss, da muss ich so ein paar Tränchen schon verdrücken. Ja, also ich habe einfach dann weitergemacht, hatte meine eigenen Fan-Fiktionen gemacht und hatte eine kleine eiserne Schar um mich geschart und wir haben einfach das Hobby weitergemacht. Ja, sehr schön. Also kann man sich wirklich dann so vorstellen, dass du dich einfach in den Weg gestellt hast und gesagt hast von wegen so, halt, stopp. Könnt ihr zwar gerne machen, aber nicht mit mir. Hauke, wie ging es denn sonst so bei dir so los, als Games Workshop dann wirklich den Tag da gesagt hat, ich lasse die Bombe platzen, es ist da, ihr könnt es vorbestellen. Wie ging es weiter mit dir? Also es war ja so, dass wir das ja auch hier bei uns im Podcast begleitet haben. Also ich sage mal, spätestens wirklich heiße Phase war ja, als wir es dann geschafft haben, unseren Livestream zum, was für ein Feiertag? Zum Warhammer-Feiertag war das, glaube ich. Irgend so ein absurder Marketing-Trick. Warhammer Day oder irgendwie so ein... Genau, Warhammer Day war es. Als wirklich klar war, was jetzt kommt und seitdem habe ich eigentlich mich darauf vorbereitet. Also das fing damit an, dass ich angefangen habe, Geld zurückzulegen, weil einfach ganz klar war, wenn das wieder rauskommt, dass das viel Geld kosten wird. Ob das teuer ist oder nicht, das ist eine andere Frage, aber es wird absolut sehr viel Geld kosten, weil für mich auch feststand, ich hatte ja gesagt, ich mache den Markus, für mich stand fest, ich kaufe alles, was ich kriegen kann. Wie ein Heuschreckenschwarm ziehe ich über den Online-Shop und nehme alles mit, was ich kriegen kann. Weil ich, das war so ein Akt in den letzten Jahren, halt Sachen zu bekommen, dass ich gesagt habe, das passiert mir nie wieder, dass ich diese Figuren nicht mehr habe dann und da dann echt mir die Nase platt drücke, quasi am Ebay-Portal. Und ich habe angefangen zu sparen. Dann habe ich zugesehen, dass ich zur Release-Zeit keine anderen Hobby-Projekte mir großartig in der Gegend rumfliegen habe, was dann so mittel geklappt hat, nachdem Legion des Imperiales dann erschienen ist. Aber auch das gesamte Jahr über steht klar im Zeichen von Warmer the Old World. Es gibt nichts anderes. Ich habe keine einzige Figur irgendwie geplant anzumalen, die damit nichts zu tun hat. Also ich bin darauf völlig fokussiert. Das geht so weit, dass ich überlege, ob ich nicht alle anderen Spiele, die nicht 40K sind oder Warmer the Old World, einfach aussondere. Weil ich gemerkt habe, dass ich in dieser Games-Workshop-losen Zeit zwar viele andere Töchter oder anderer Firmen mir beschafft habe, aber ich konnte keine lieben oder heiraten. Und was soll ich dann damit mit dem Spielkram? Eigentlich interessiert es mich halt alles gar nicht. Es tut mir leid, viele Leute die lieben Freebooters Fate. Mich interessiert das überhaupt nicht. Beim besten Willen, ich habe es versucht, aber es ist nicht meins halt. Zumindest jetzt, wo du jetzt deine alte Welt wieder hast. Da kann man jetzt ja durchaus dann drüber überlegen. Deswegen so diese Probleme mit der Beschaffung, das hast du jetzt ja gerade schon mal gesagt. Das finde ich auch ein interessantes Thema. So jetzt kannst du an deine alten Figuren wieder rankommen, ohne die zu überteuerten und horrenden Scammer-Preisen ja auf Ebay zu beschaffen. Ja, das, also ich sage mal so, direkt am Tag der Vorbestellung. Es waren ja viele Leute, die sich beschwert haben, dass sie nichts bekommen haben und so weiter und so fort. Für mich stand fest und ganz klar stand fest, dass hier, wer malen will, muss früh kommen. Der frühe Todesgeier fängt den Wurm halt. Und es war klar, dass das jetzt keine halbe Aktion werden kann, sondern dass man das wirklich forcieren muss. Und ich habe das bewundert von Baiduinen. Ich habe das ja natürlich auch im Internet verfolgt, was du gemacht hast, dass du einfach gesagt hast, nee, ich nehme Termin wahr mit meiner Frau, wenn ich das richtig erinnere. Das ist einfach wichtig. Das kann ich auch völlig respektieren. Das finde ich großartig. Aber für mich gab es keine Halten. Am Tag der Vorbestellung habe ich mich komplett darauf konzentriert, alles zu bestellen, was ich kriegen konnte. Und es war eine Katastrophe. Als ich dann in der Warteschlange, so Pi mal Daumen um 12 Uhr, endlich dran war, klar, mal das ist so eine Warteschlange, gibt es auch ein Undinker, aber das lässt sich wohl nicht anders organisieren, sei es drum. Aber dann hatte ich alles, was ich haben wollte, auch wirklich alles, was ich haben wollte, inklusive der Karten und so weiter und so fort, für einen irren Betrag im Warenkorb. Und dann hat PayPal mir den Verifizierungscode nicht zuschicken können. Und als ich das dann endlich gelöst habe, das Problem, und den Verifizierungscode eingeben wollte, war der Warenkorb automatisch wieder gelöscht. Da dachte ich, ich dreh durch. Echt? Herzinfarkt, schlechte Laune, alles bekommen. Und dann noch mal eine Stunde abgehangen in der Warteschlange. Dann habe ich letztendlich alles bekommen, was ich wollte, mit Ausnahme der Spielkarten. Die habe ich jetzt leider nicht, damit muss ich leben, das ist ein Halt. Aber ansonsten bin ich glücklich, heute sind die letzten Sachen angekommen, ich habe das jetzt hier stehen. Ich kann einfach nur sagen, es ist unglaublich. Ich habe seit Jahren mich nicht mehr so über irgendwelche materiellen Dinge gefreut, wie diese Kiste da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Baldurin, erzähl mir doch mal, bist du auch irgendwann mal auf die Idee gekommen, oder hast du es vielleicht sogar getan, einfach Minis gekauft, wo du genau wusstest, alter Schwede, ich weiß, was die vorher gekostet haben, und jetzt willst du Preis X dafür haben, aber ich will sie einfach haben, und deswegen beiße ich mir knirschenden Szenen zu und kaufe es. Also da muss ich sagen, und ich glaube da, wenn einige Zuhörer da jetzt lauschen, ich habe da eine ganz einfache Schiene gefahren. Ich habe ja einen berühmt-berüchtigten Keller, und wenn es Figuren gab, die ich ganz gerne haben wollen, möchten würde, ja, und ich halt immer gesehen habe, okay, hier die Box Freischärler, nur mal als Andacht, Freischärler-Box, ja, diese Box, diese rausgenommen haben, damals, und die mittlerweile auf dem Schwarzmarkt, damals echt horrend, bis zu 600 Euro, Alter, bei Ebay, eine original verpackte Freischärler-Box, nur mal so als Anwurf, habe ich gesagt, ne, ich bezahle dir 30 Euro, 35 mit versichertem Versand, da so, was, geht's noch? Ich habe hier zwei Boxen stehen, und ich habe ein paar Leuten gesagt, hier, ich habe noch eine Box Freischärler, wer möchte sie haben, für 30 Euro, wie ich sie damals in den Laden gekauft habe, und das habe ich immer so gemacht, ich habe auch noch so eine Blutinsel-Box zum Beispiel gehabt, sage ich, hier, kannst du haben, ich habe viele Sachen auch verschenkt, an die Leute, mit denen ich zusammen das Hobby gemacht habe, ich habe immer gesagt, nein, ich fahre auf dieser Spur nicht mit, und ich fand es immer schade, wenn dann deswegen auch Knatsch entstanden ist, also für mich war es immer wichtig, irgendwie mit beiden Füßen fest auf dem vernünftigen Boden zu bleiben, ich habe zwar immer den Kopf geschnitten, eBay und alles, das interessiert mich überhaupt nicht, das Schöne ist, ich habe mir über Jahre so eine schöne Hobbygemeinschaft aufgebaut, so eine Hobbyfamilie, wie ich es genannt habe, und wenn ich etwas haben wollte, wenn ich wirklich etwas haben wollte, dann habe ich einmal in meinem Maltisch gebabbeln, gesagt, hört mal Leute, ich finde diese Figur hier, diese Figuren, finde ich schick, ich weiß, die kriegt man nicht mehr, aber ich fände es cool, vielleicht kennt ihr ja jemanden, der jemanden kennt, der noch sowas irgendwo bei sich im Keller oder auf dem Dachboden rumfliegen hat, und dann habe ich hier noch, und dann habe ich ein paar Sachen in die Kamera gehalten, ich habe hier noch eine Box davon, ich habe hier noch eine Box davon, ich habe hier noch ein Blister davon, alles original verpackt, würde ich dagegen tauschen, fertig. Und wenn mir da jemand kam mit Geld, dann habe ich gleich gesagt, nö, mache ich nicht. Und wenn das noch so toll ist, also ich habe da direkt gleich von Anfang gesagt, was ich möchte und was ich nicht möchte, und ich fand es ja immer sehr schade, dass dann da wirklich Leute da richtig Kapital rausgeschlagen, aber es soll ja jeder machen, wie er will, ich möchte ja da niemandem irgendwelche Vorschriften machen, ist ja immer Angebot und Nachfrage, du musst es ja nicht kaufen, und wenn du sagst, ich nehme 1000 Euro für die Freistellerbox, wenn dann jemand da ist, der die 1000 Euro bezahlt, selber dran schuld. Also ich habe immer versucht, vernünftig zu bleiben, so wie ein Zwerg eben auf den Steinplatten steht, in seiner Mähthalle und sich einfach nur freut, wenn ganz vernünftige Zwerge, Menschen, Elfen, dann in die große Mähthalle kommen, man sich gemeinsam an den Spieltisch stellt und einfach die Figuren bewundert, die man bemalt hat, die man getauscht hat. Also das Tauschen war so ein bisschen mein Fokus. Ich habe mich nie an diesen Sachen orientiert und auch so, ich habe glaube ich einmal, habe ich eine Blutinselbox mal bei Ebay reingestellt. Einmal. Ein einziges Mal. Lässt dich gutes hoffen. Ja, also, weil es mir immer jemand sagt, mach das doch mal, probier es doch mal aus und so. Und ich so, ja gut, okay, mache ich mal. Und die war irgendwie nach einer Woche, war die bei 300 Euro. Und ich so, was, wie? Nee. Und man hatte ja die Möglichkeit, das zu löschen. Also du konntest das als Verkäufer, konntest sagen, nee, mache ich doch nicht. Da gab es so eine kleine Klausel, konntest du das löschen. Und, ja. Und das Gute war, der, der mir 300 Euro dafür geboten hat, ja, der hat gesagt, ja, nee, Ballin, ich kann es schon verstehen, alles gut. und ich habe dann auch mit demjenigen dann gesagt, pass mal auf, ich habe hier die, die Hochelfen, die du haben möchtest, die knipse ich dir gerne raus, die, die schicke ich dir, schick mir doch einfach, was ich, ein paar Imperiumsritter und mir sind quitt. Und so, ne, also, also, dieses, dieses ganze aufgebauschte drumherum muss doch nicht sein. Also immer versucht, so ein bisschen vernünftig, anständig zu bleiben. Und das habe ich mir auch über all die Jahre bewahrt und von daher, dieser ganze Hype und der ganze Stress und Streit da, den habe ich immer versucht abzulegen. Genauso wie mit The Old World, wo die halt rauskamen, wo da halt, ja, ich war da sehr entspannt, weil ich wusste, ich habe eine schöne Hobbygemeinschaft und ich wusste einfach, ich kriege alles und ich habe auch alles bekommen. Zwar nicht an den Tag, direkt genau, aber ich habe mich dann zurückgelehnt, habe gesagt, okay, ich warte noch mal ein paar Wochen und jetzt habe ich halt wirklich alles, was ich haben wollte. Ganz entspannt. Deshalb, mein lieber Hauke, tut mir leid, dass du dich da so aufgeregt hast. Tut mir echt in der Seele weh. Ich kenne auch eine Menge andere, die, die haben geschimpft, die haben, ach du meine Güte, die haben sich, hui, da gab es ein paar ganz böse Kommentare und ich so, wow, 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 Leute, Holla. Möchte ich jetzt hier nicht wiedergeben, aber ich dachte mir, einfach entspannt zurücklehnen und sagen, wann anders geht es bestimmt auch. Muss allerdings kurz, kurz hinzufügen, ich habe nicht über Games Workshop oder so geschimpft, ich habe über mich selbst geschimpft. Ja, die Situation einfach, klar. Ja, das war so von langer Hand vorbereitet und dann so ein blöder Fehler halt und dann ging das schief. Aber ehrlich gesagt, wenn ich höre, wie abgeklärt und cool du das alles ausgesessen hast, dann komme ich mir vor, wie ein Idiot. weißt du, wenn man mal so ein richtiger Zwerg ist, so ein, so ein Davi aus Karak, dann lässt man diesen Sturm einfach vor der Tür. Man sieht, der Sturm kommt auf und dann alles ein riesen Durcheinander, alles rennt durcheinander. Du machst als Davi einfach deine Steintür zu und wartest, bis der Sturm vorbei ist. Und dann gehst du raus und guckst und sammelt den Rest ein. Ja, wenn es so einfach gewesen wäre, ne, Hauke? Also ich sag mal, wir haben ja auch in der Community, muss man auch mal sagen, auch durchaus andere Töne gehört. Oh ja. Ja, ähm, das war auch in der Tat der Moment, auf dem, als ich dann wirklich auf Baldurin noch aufmerksam geworden bin und dann auch bei uns vorgeschlagen habe, dass wir doch Baldurin mal dringend einladen müssen halt zum Gespräch. Das war, Baldurin, ich weiß gar nicht mehr, welches, welches deiner Videos das war, das, das war, in dem du auch über die Reaktion der, der Community und, und das, ich sag mal so, das, das Mies machen und teilweise gehässige Kommentare und so, wo du das angesprochen hattest. Das Video, das du hattest, bevor du bei Sascha bei Tabletop Basement warst. Weißt du, welches? Der Ballgrünhammer, ja. Genau. Da habe ich mich mal so ein bisschen, mal so ein bisschen drüber aufgeregt, aber ich habe das dann alles ein bisschen relativiert. Also, ich habe ja, als The Old World rauskam, war ich natürlich auch völlig aus dem Häuschen. Ich habe gesagt, ich habe es immer gesagt, ich habe es immer bezeichnet. Und da waren halt ein paar Leute, die haben dann natürlich die Boxen schon im Vorfeld bekommen und die haben sich dann als allererstes, haben sie sich dann darüber beschwert, dass es halt alte Figuren sind. Das kam immer direkt hinten ran. Und, also, jetzt so im Nachhinein, habe ich mich halt so, irgendwie verletzt gefühlt, weil ich, weil die haben halt mein Lieblingshobby, meine Lieblingswelt, haben sie halt gesagt, ja, es ist halt alles nur alte Akram, ja, und das hat mich dann schon so ein bisschen herabgewürdigt. Aber mittlerweile ist es ja so, ich meine, jeder kann ja davon halten, was er möchte. Und wenn jemand sagt, das ist alter Kram und so, dann ist das für den so. Für mich persönlich sind es vertraute Miniaturen, die ihren ganz eigenen Charme haben. Und ich bin halt dazu übergegangen, halt positiv zu bleiben, weil dieses ganze Negative oder darüber schimpfen oder irgendwie sowas, dass das bringt irgendwie nichts. Das vermisst mir das Hobby, weil wenn ich Hobby mache und das mit meinen ganzen Hobby-Leuds teile, mit den ganzen Menschen, die dieses Hobby lieben, dabei ist es jetzt völlig egal, was für ein Spielsystem, welcher Hersteller ist, völlig, völlig egal. Wir lieben kleine Figuren, die wir zusammenbauen, bemalen, damit auch spielen oder sie in die Vitrine stellen, je nachdem, ob wir den Hintergrund mögen oder die Welten davon. Völlig egal. Aber wir lieben diese kleinen Figuren und wenn ich diese Figuren, diese Welten betrete, dann möchte ich das mit einem positiven Aspekt. Ich habe in der echten Welt schon genügend Stress oder Ärger oder man regt sich über allen möglichen Sachen auf. Das habe ich so genug. Das hat jeder von euch. hat das. Wenn ihr rausgeht in die echte Welt, ihr habt die Probleme, die euch nerven und sowas und wenn ich mein Hobby mache, da habe ich halt für mich beschlossen, nein, für mich bleibt das Hobby was Positives, was Angenehmes und wenn jemand sich drüber aufregt, sage ich, ja, okay, ist deine Meinung, super, schön. Ich finde das Hobby toll, mir macht Spaß, ich finde die Figuren super, wir haben diesen schönen alten Charme von früher, was früher gut war, ist heute auch noch gut. Also für mich persönlich in meiner warmen. Hauke, was ist dir denn so widerfahren? Wollte ich gerade dich fragen, wie du das wahrgenommen hast. Ich sage mal, ich bin ja auch relativ viel und relativ weit irgendwo vernetzt, also allein über unsere ganzen Dyson Notes Konten, die wir bei Insta und bei X und, ach nee, X sind wir gar nicht mehr, X ist scheiße, hier bei Mastodon und Blue Sky und Facebook und YouTube und was weiß ich nicht was, ist so viel darauf eingeprasselt, dass ich sehr, sagen wir mal, ganz schnell so eine typische Internet-Diskussionskultur erlebt habe, so nach dem Motto, ich hab recht, du hast Unrecht, du bist scheiße und ich nicht. So, und das muss ich euch ehrlich sagen, es ging mir so auf den Senkel. Also es ging mir echt auf, es geht mir immer noch auf den Senkel. Also mittlerweile, ich sag mal so Kommentare beim Brückenkopf, da braucht ja nur einer irgendwie, sag ich jetzt mal, ein Popcorn ins Kino reinzuschmeißen, dann geht ja sofort quasi das ganze Kino in Flammen auf. Da muss ich ja als Zwerg drüber schmunzeln. Ja, aber warum? Das klingt so nicht gut. Weißt du, aber warum? Das erschließt sich mir nicht, ne? So, da haben Leute Freude dran und sofort kommt dann irgendeiner und sagt, ey, ich hab Freude dran, dass mir zum Beispiel jetzt endlich mal wieder meine Bretonen da kommen und da sagt der andere von wegen gleich wieder von wegen, ah, du hast doch den Schuss nicht gehört, GW ist tot, GW macht das, das ist scheiße, das ist doch Mist. Das ist das, was ich mitgekriegt habe. Ich habe nicht viel Positives gesehen oder gelernt oder dort mitgemacht. Ich hab immer nur sehr viele negative Sachen gesehen und das war mir, war mir das über an diesen ganzen Tagen. Ich sag mal, unsere Geschichtehauke, die wir gemacht haben, hier unsere Warhammer Day, da bin ich wirklich mit Euphorie dran gegangen. Ich hab wirklich gedacht, von wem geil, das wird ein richtiges, ein richtiges Happening wird das, dass wir Informationen kriegen. Naja gut, und wir wurden leider enttäuscht, da war natürlich meine Laune auch im Keller, kann ich auch verstehen. Aber so wie diese Diskussionskultur da draußen stattfindet, hat das für mich absolut keinen Sinn mehr, sich an irgendwelchen Sachen dort irgendwo zu beteiligen und genauso ist es auch mit The Old World. Wie ging's dir? Ich hab das eh nicht wahrgenommen. Es war im Prinzip, konnte man zwei Stoßrichtungen erkennen. Zum einen haben Leute einfach geschrieben, wie sehr sie sich freuen und dass sie es gut finden und dass sie endlich die Figuren wieder haben, dass das Spiel wieder läuft und alles Mögliche. Einfach positives Feedback. Zu denen ich gehöre, ja. Genau, zum Beispiel. Und was ich aber auch wirklich gesehen habe, das war ohne Zusammenhang, ohne Kontext, sinnlos, gehässig, uninformiert, unsachliche Agitation, ehrlich gesagt, undifferenziert und vor allem ohne Sinn und Verstand. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man mit der alten Welt nichts am Hut hat, wie man sich dann dazu herausgefordert fühlt, das Ganze zu kommentieren. Insbesondere dann, wenn man nichts Positives oder irgendwas Informatives beizutragen hat. Ich meine, jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Okay, ne? Aber man muss vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen zurücktreten und auch mal erkennen, dass man selbst nicht unbedingt der Dreh- und Angelpunkt der Welt ist und dass die eigene Meinung, die man ja durchaus hat, nicht maßgeblich ist und dass man die auch nicht jedem auf die Nase binden muss. Ich für meinen Teil kommentiere zum Beispiel auch nicht irgendwelche Releases von Infinity oder von Age of Sigmar. Vielleicht erinnerst du dich, Pibi. Natürlich erinnerst du dich. Wir haben eine Folgenserie gemacht zu Age of Sigmar. Da hast du mit Interviewpartnern Age of Sigmar beleuchtet. Und ganz am Anfang hatten wir darüber gesprochen, ob ich daran auch teilnehme. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe da nichts Positives beizutragen. Wenn ich da 90 Minuten lang einen Rant ablasse, dann ist keinem geholfen. Das stimmt. Das interessiert keinen. Das macht niemandem Spaß. Es freut sich am Ende niemand über unsere Folge. Ich vermisse allen nur die Laune. Also was soll das? Außerdem ist es völlig unerheblich, was ich von dem Spiel halte. Also für mich ist das erheblich, aber für alle anderen ist das unerheblich. Wenn ich mich über etwas freue, wie die alte Welt, dann kann ich ja meine Freude nach außen tragen und mit anderen teilen. Das ist was Schönes halt. Aber meine Abneigung brauche ich nicht zuteil. Da hast du vollkommen recht. Das ist aber so schwierig für die Leute da draußen. Anscheinend können sie das ja nicht. Also sie können es ja in der Anonymität ihres internetfähigen Gerätes können sie es machen. Weißt du, einfach so Hirn aus, die Finger schneller als das Hirn, anfangen auf der Tastatur zu tippen, auf Senden zu drücken und dann das Telefon wegzulegen und zu sagen, ja, dem habe ich es richtig gezeigt. Der hat richtig auf die Fresse gekriegt. Ja, nee. Leute. Also diskutieren im Internet, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin müde. Ich bin müde, was das angeht. Also ich bin da schon so ein Schritt weiter. Mittlerweile, wenn ich halt, also ich selber, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja meine Hobbygemeinschaft so ein bisschen aufgebaut. Ich habe mich um, ich habe einen, ich habe einen Schutzpanzer von positiver Energie. Ich habe eine wahre Festung des Guten, des Leuchtenden um mich aufgebaut. Und wenn ich, wenn ich so, also ich, ich höre nur noch so am Rande, sage ich mal so, mal, dass sich jemand darüber aufregt, über dies und das oder eben wieder. Aber das blende ich mittlerweile absichtlich aus. und sollte doch mal jemand sein, der halt sagt, äh, Balwin, alte Welt, dann sage ich, was ist denn dein Hobby? Also ich gehe dann so positiv auf diesen Menschen zu. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir in meinen, bei meinen bisherigen Videos oder Livestreams, ich habe eigentlich keinerlei negativen, negative Kommentare oder sage ich mal so, negative, konstruktive Kritik bekommen. Ja, sondern ich habe, ich lasse immer die, die Türen in alle Richtungen offen und ich denke mal, das ist glaube ich genau das Richtige, dass man versucht, einfach nett auf die Menschen zuzugehen, die, selbst wenn sie in ihrer Anonymität sind oder sowas, einfach mal schreibt, ja was, was ist denn dein Lieblings Hobby? Wie, ähm, malst du lieber? oder also einfach gar nicht auf dieses Negative eingehen und ich kann schon verstehen, wenn, wenn man müde ist, immer das Schlechte zu hören oder diese, diese geballte, es kommt darauf an, worauf man sich konzentriert. Ich selbst, ich konzentriere mich auf die positiven Dinge des Hobbys und, ähm, ich, ähm, ich, ich, ich zog einfach mit den Schultern, ich hebe meinen, ich habe hier meinen Humpen, ne, meinen Bugmannshumpen, ich poste den dann zu und sage, pass mal auf, ja, ist, ist gut, ist deine Meinung, ja, super, ich trinke jetzt einen Bugmanns, ja, oder was weiß ich, ich plane jetzt hier mit meinen, mit meinen Hobbyleuts, ähm, beim König auf dem Berg, plane ich, was weiß ich, äh, ein Wochenende, wo wir, The Old World spielen, das ist jetzt gerade im Gespräch und das, das ist so meine Herangehensweise, also, ich fokussiere mich einfach, für mich ist das Glas halb voll, für mich ist immer mehr Tag als Nacht, für mich ist, ähm, The Old World ist für mich nach Hause kommen, was, was heimeliges, was Schönes und ich finde jeder, der, sage ich mal, sein Hobby macht, egal ob Infinity, Freebooters Fade, 40k, völlig egal, welches Spielsystem oder Hersteller, ähm, ich wünsche einfach allen, von vornherein, was positiv ist, sag, zeig mir mal deine Miniaturen, oder, zeig mir mal deinen Hintergrund, für deine, Figuren, deine Welt, deine Geschichten, ähm, und da kann man selbst, solche Menschen abholen, das ist zumindest, meine, persönliche Erfahrung. Mhm. Ja, das ist jetzt vielleicht, in unserer kleinen Bubble, ist das vielleicht gerade mal, irgendwie so eine, eine positivere, ähm, ja, positiveren Blick auf diese ganze Geschichte zu werfen, nur leider ist das da draußen, muss man ganz ehrlicherweise sagen, ja, doch etwas, ähm, deutlich anders, ne, so wie wir es festgestellt haben, Hauke, ne, also du hast ja nicht nur nette Kommentare gesehen, so wie du es gerade gesagt hast, sondern du, ähm, hast es hier auch in unserem Skript so ein bisschen dargestellt, so Freude, Hass und Hysterie, das muss ich wirklich sagen, das, das ist genau das, und das trifft diese drei Wörter, die treffen das genau, wie du, wie du es beschrieben hast, die treffen es wirklich auf den Punkt. Und, ähm, ich würde, würde gerne, gerne da hier auch nochmal an Baldwin anschließen, der Sinn und Zweck unserer heutigen Aufnahme ist jetzt nicht, sozusagen uns auf der Meta-Ebene darüber zu ärgern, dass sich Leute geärgert haben, das würde ja wirklich niemandem etwas bringen, sondern der, 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 der tiefergründige Zweck unserer Aufnahme ist eigentlich, Information an die Hörer weiterzugeben. Ne, es ist, wir, wir sitzen hier nicht, 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 als drei Zwerge, die einfach mal ungefragt ihre Meinung in Ätherpau, oder, pusten, sondern es geht darum, tatsächlich Information weiterzutragen, und zwar dem Hörer aufzuzeigen, was eigentlich an der vorgebrachten Kritik gegen die Old World stimmt, und was nicht, oder was zumindest einen überprüfbaren Wahrheitskern hat, so dass der Hörer am Ende der Folge informierter als vorher ist und für sich selbst besser abschätzen kann, ist das Spiel etwas für mich oder nicht, halt, ne, also, das ist ja was anderes, als zu sagen, ich find's gut, oder ich find's kacke, halt, ne, das ist, das wäre sinnlos, halt. stimmt. Da habe ich, da habe ich direkt ein paar Punkte, also, die würden mir direkt einfallen. Also, zunächst einmal, es wurde ja zum Beispiel gesagt, ah, alles ist so teuer und der ganze alte Kram und wie können sie es wagen, den alten Kram da jetzt, sag ich mal, so teuer rauszuhauen. Und dann sage ich, Moment mal, geht doch mal her und guckt euch mal die, die Modelle an, ne, also mal die Camry Box, du hast dann diese, die Bogenschützen, du hast die Reiter, du hast die Streitwagen, also, die Anzahl der Miniaturen und die ganze Box hat gekostet 205 Euro, glaube ich, war das, Ja, genau, genau, So, und wenn du jetzt diese ganzen Figuren da drin in Boxen packst, ja, in Boxen, wir gehen hier von, ich rede hier von den 30 Euro Boxen und dann hat man nämlich mal ausgerechnet, ja, jetzt inklusive mit diesen schönen, schnuckeligen, äh, Knochendrachen zum Beispiel, ja, äh, mit den Streitwegen, mit der, mit diesen, äh, ich glaube, drei, äh, dreimal zehn Kavallerie oder, naja, Bogenschützen, hat man ausgerechnet, ja, dass man da, ich glaube, was ich, 20 Prozent spart nochmal, im Gegensatz, wenn man sich das alles einzeln kaufen würde, das haben die wirklich ausgerechnet. Baldwin, darf ich kurz dazwischen gritschen, denn ich habe die Rechnung selbst gemacht und sie liegt vor mir, wenn ich sie mal kurz vortragen soll. Klar, hau ran. Und zwar folgendes, wir nehmen einfach mal den Kritikpunkt 1, der gegen die Old World vorgebracht wurde, ne, das ist ja, wie du sagst, immer das alles zu teuer, so. Wir haben in der Armeebox für 230 Euro, die bei Games for World knapp 230 Euro kostet, haben wir 40 Skelettinfanterie, 32 Skelettbogenschützen, 16 Skelettreiter, drei Charriots, den Knochendrachen, Spielmaterial und das Grundregelwerk. Mhm. Wenn wir jetzt das Ganze vergleichen mit den Preisen aus White Dwarf 84 Dezember 2002, ich habe es nämlich tatsächlich nachgeschlagen, dann sehen wir die Preise des damaligen Camry-Releases und daraus errechnen wir wie folgt, die 72 Skelette, die wir insgesamt haben, teilen wir durch 16, das ergibt 4,5 Regimentsboxen von damals, die damals 24,95 gekostet haben. Die 16 Reiter geteilt durch 8 ergeben zwei Cavalry-Boxen, ebenfalls damaliger Verkaufspreis 24,95 die drei Charriots, eine weitere Regimentsbox, das heißt insgesamt haben wir siebeneinhalb Regimentsboxen zu 24,95 das ergibt Dezember 2002 respektive Januar 2003 ein Verkaufspreis von 187 also 187 Euro und 13 Cent. Wenn wir Preissteigerung einrechnen von 42,49 Prozent, nämlich in dem Zeitraum 2003 bis 2023 ergibt sich ein heutiger Wert von 266 Euro 64 und dazu kommt der Drache das Grundregelwerk und der Spielkram was wir die Preise haben wir ja so dass sich insgesamt insgesamt ein Inhalt der Box ergibt mit einem Gesamtwert von 376 64 Siehste da bin ich voll daneben und das bedeutet für 1 Euro den man heute ausgibt kriegt man Warenwert von 1,63 oder wenn man das sozusagen nicht bei GW kauft sondern beispielsweise bei PK Pro dort hat die Box 184 Euro gekostet kriegt man einen Warenwert von 2,09 es gibt praktisch kein anderes Games Workshop Produkt das vergleichbare günstige Preise hat da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht aber sowas von und jetzt muss man nochmal folgendes bedenken zu der damaligen Zeit also heute würden wir 20% im freien Handel bekommen also was wie gesagt bei PK Pro Taschengeld gibt und so weiter und so fort die ja 20% unter dem Wert von Games Workshop blieben 2003 als die Sachen erschienen sind gab es das nicht da konnte man es nur zu den Games Workshop verbindlichen Preisen kaufen es sei denn man hat das in Großbritannien bestellt was ein Riesenakt war das heißt eigentlich ist das heute günstiger als damals das ist halt so nix beteuer halt also nur man lässt einfach nur die Zahlen sprechen und da kann dann jeder für sich seine Meinung dabei rausziehen und dann glaube ich so ziemlich dass halt die die Leute die negativ in Richtung Preis geschimpft haben dann sagen wir so sicher 230 Euro alles auf einmal ist ein Wachsengeld keine Frage aber du musst es ja nicht kaufen also wenn man diesen jetzt wie der Hauke das aufgezeigt hat mit diesen Preisen alles für mich wandelt sich das aber um in so ein Gefühl und denkt mir so wie geil ist das denn ja also du hast da ganz einfach eine Auflistung von von Preisen die du halt in Figuren siehst wo du halt sagst so eine Streitmachtsbox da hätten wir uns früher die Finger nachgelegt ich meine wenn wir mal ganz ehrlich sind früher hatten wir Zeit aber kein Geld heute haben wir Geld aber keine Zeit für die Figuren zu übermalen also von daher wie gesagt vielen Dank Hauke dass du das so schön aufgelistet hast dasselbe ist ja auch glaube ich bei der Bretonenbox da gibt es ja auch so Dinge deshalb war das eigentlich also ich hab mich einfach irgendwann nicht mehr in diese Diskussion so reingehängt warum wieso weshalb sich die Leute das jetzt darüber aufgeregt haben gesagt ich hab die schönen Figuren diesen schönen einfachen Stil haben und wenn ich mal überlege die ganzen anderen Sachen von Games Workshop die waren dann sehr überladen mit Details weiß also wenn ich jetzt meinen Fokus auf die Figuren in der Box lenke manchmal ist weniger mehr da gibt es dann Figuren da war noch hier ein Bannerchen da noch eine Brosche und alles und das fand ich war dann so nee wenn ich einen Schwertkämpfer des Imperiums habe oder einen Skelett Krieger von mir aus dann möchte ich da Knochen sehen dann möchte ich eine Waffe sehen vielleicht noch ein bisschen Rüstungskram aber dann ist fertig und nicht noch hier ein Gebamsel und da ein Schnürchen und da ein Wimpelchen das ist für mich so dann dieses Gefühl wo ich sage okay wenn die jetzt die ganzen Figuren jetzt kommen bald die Orks raus wenn die solche Boxen raus bringen dann wow freut euch doch einfach dass es wieder da ist genau dem ist ehrlich gesagt nichts hinzuzufügen man kann sich einfach nur freuen dass die Sachen wieder da sind allerdings ich würde gerne noch kurz einige andere Sachen zum Preis vortragen denn wirklich jeder hat ein Recht auf die eigene Meinung das wollen wir niemand streitig machen aber niemand hat ein Recht auf die eigenen und zwar wenn man die mal von der Streitmachtbox her absieht sondern einfach mal guckt was ja sonst noch an dem Releasetag rausgekommen ist die made to order Sachen jetzt aus der zweiten und die perspektive ersten Welle habe ich jetzt noch nicht weiter verarbeitet aber nehmen wir zum Beispiel Mai 2011 die Nekropolritter erscheinen für 43 Euro nehmen wir die Preissteigerung dann würden die heute 54 Euro 30 kosten für 50 Euro die Gruftwachen damals Mai 2011 erschien für einen Preis von 32 Euro 50 für 10 Gruftwachen nehmen wir die Preissteigerung ergibt sich 41 Euro und 4 das bedeutet 20 kosten 82 Euro 8 kosten 20 werden aber verkauft für 62 50 ein Idiot der das 2011 gekauft hat würde ich sagen okay aber das ganze ist ambivalent zum Beispiel die Sphinx die hat damals 40 Euro gekostet vor 12 Jahren mit der Preissteigerung würde sie heute 50 52 kosten tatsächlich wird sie aber für 60 verkauft insgesamt kann man sagen dass die Preise sich im Wesentlichen wenn man das sozusagen quer betrachtet eigentlich gehalten ganz kurz zu den Bretonen ich will euch nicht mit Zahlen erschlagen aber das auch nur einmal dass man sich das einmal kurz vor Augen führt die brepton armee box enthält 36 speerträger 24 bogenschützen 12 ritter was interessant ist 12 ist nämlich eigentlich ein bisschen wenig drei pegasus ritter ein herzog auf pegasus spielmaterial grundregelwerk games workshop preis 206 euro im freien handel beispielsweise bei pkpro 164 80 gekostet white warf 87 januar 2004 landsknechte kommen raus 16 stück regiments box 24 95 8 ritter 24 95 ebenso 16 bogenschützen 24 95 ein berittener knappe 7 euro 85 questritter und so weiter und so fort rechnen wir das auf die armee box um dann haben wir folgendes die 36 landsknechte ergeben zwei ein viertel armee boxen regiments boxen die zwölf ritter geben anderthalb regiments boxen die 24 bogenschützen anderthalb regiments box regiments boxen und die drei pegasus ritter sind eine box das heißt wir haben sechs ein viertel regiments boxen zum preis von 24 95 ergibt ein preis von 155 94 und zwar januar 2004 mit der preissteigerung von heute ergibt sich ein wert von 219 81 hinzu kommt aber noch der der herzog auf pegasus das grundregelwerk dass wir insgesamt einen wahrenwert haben in der armee box von 329 81 was bedeutet für einen euro den wir ausgeben erhalten werden wahrenwert von 1 euro 60 oder im freien markt von 2 euro und eins es entspricht im wesentlichen eigentlich der camry box noch mal billigere games workshop produkte gibt es nicht und was jetzt hier immer ganz groß kritisiert wurde das waren ja die anderen figuren die rausgekommen sind zum beispiel die berittenen knappen halt da sieht das nicht ganz so gut aus nehmen wir meinen berittenen knappen der ist februar 2004 erschien für 7 95 der würde heute nach der preissteigerung 11 21 kosten er kostet aber 15 euro 83 aus der kommandoeinheit oder 12 euro aus der 5 box ein gralsritter kostet kostete im märz 2004 9 95 er würde nach der preissteigerung heute 14 euro drei kosten wird verkauft für 15 83 12 gralspilger werden für 65 euro verkauft das ist ein preis der erschlägt einen erst mal betrachtet man das allerdings im einzelnen so haben drei gralspilger im märz 2004 9 95 gekostet das wäre heute ein preis von 14 euro und 3 und games workshop verkauft sie tatsächlich allerdings mit vier blistern sozusagen aber drei hätten 16 25 also kosten heute 16 25 auch nicht wirklich viel teurer geworden es sind nur viele modelle die man auf einmal kaufen muss und so weit hat bald natürlich recht dass die absoluten geldbeträge die man raushauen muss um das zu bekommen natürlich echt erheblich sind also keine zwei meinung und dass das nicht einfach ist für alle menschen ist auch klar die gralsreliquie merz märz 29 95 nach preissteigerung würde sie heute 42 22 kosten die wird tatsächlich allerdings für 55 euro verkauft also die ist gravierend teuer die drei pegasus ritter 24 95 kosten würden nach preissteigerung 35 17 kosten werden verkauft aber für 50 euro auch massiver preissteigerung einzelner produkte aber man muss sagen im gesamt im gesamt blick kosten vergleichbare einheiten monströse kavallerie kostet alles den gleichen preis demigreifen zum beispiel oder auch aus der aos range halt monströse kavallerie drei modelle 50 euro von daher werden die pegasus nur an die teureren preise von heute ein reit ja jetzt könnte man natürlich als weiteren kritik anbringen was die community getan hat hauke das sind doch alles alte modelle ihr zahlt doch so viel geld für alte modelle um mal so den bösen hier zu spielen was sagst du zu dem einwand das sind alte modelle naja ich meine wenn man das mal ganz genau nimmt wie sind wie ist warheimer fantasy so groß geworden warum lieben so weltweit so viele tausend menschen dieses diese alte welt warum tun sie das weil diese figuren ihren ganz eigenen charme haben und dass viele versuche diese figuren zu erweitern oder noch was anderes noch besser zu machen das ist nicht geglückt und zwar nimm mal als beispiel die die seegarde zum beispiel aus der blutinselbox oder die imperiums soldaten zum beispiel aus der siebten schrägschicht achten edition wo die halt neu rauskamen diese helle badiere und sperrkämpfer und schwertkämpfer sie waren detail überladen sie waren zu filigran es waren zu viele ist der der stil war zu war ging in richtung realistisch der comic stil der so geschätzt worden ist ich meine jetzt diese schönen alten skelett die wir jetzt hier in der camry box wieder sehen die pferde von den streitwegen oder von den reitern das waren oder das sind figuren die ganz schlicht sind und das haben die die leute als man 2001 2002 in die läden gekommen ist und halt viele sachen noch aus zinn auch noch waren diese figuren waren einfach du hattest bei dem orckkrieger du hattest die arme die du bemalt hast du hattest diese lederweste die du bemalt hast und du konntest wenn du wolltest konntest sagen gut ich mache diese drei schnüre da von seinem lederhemd dann die zähne dann malst noch die augen und fertig gut dann die waffen noch aber ich glaube es ist zumindest meine empfindung so dass manchmal weniger mehr ist und dieser schöne zauber ich meine wirklich zauber dieser alten ich sage nicht mehr alten ich sage dieser vertrauten miniaturen der ist das ist dieser zauber der das ganze wieder aufleben lässt und ich finde dass sich viele designer natürlich an diesen asiatischen modellen so ein bisschen orientiert haben dynamischere posen mehr realistischer stil diese agilität und so weiter alles schön und gut das hat alles seine berechtigung aber für warhammer fantasy beziehungsweise the old world die alte welt so wie sie existiert hat so wie sie in vielen unseren erinnerungen immer noch präsent ist das sind diese schönen vertrauten figuren diese orkkrieger diese zwerge diese kleinen knubbeligen zwerge die wir kennen aus zinnen oder aus kunststoff von mir aus oder diese 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 wunderschönen hochelfen die ich jetzt zum Beispiel gerade bemale die sperrträger die man halt auch in die sehgarde umbauen kann die bogenschützen die silberhelme die möglichkeit eine figur zu gestalten wie man möchte ist mit dieser alten welt diesen alten welten figuren gegeben also die freischellerbox nur mal so als nur als einwurf wieder du hast separate beinpaare du hast separate torsi also das mittelteil du hast einen rechten arm du hast einen linken arm und du hast einen kopf und die kannst du so zusammenbauen in posen in haltungen in varianten wie du möchtest die folge die folge modelle also die sperrträger die helle badiere und schwertkämpfer des imperiums zum beispiel die waren jetzt nicht schlecht aber die hatten alle diese monoposen mit dem oberkörper den beinpaaren und alle waren sie geduckt und alle haben sie dieselbe armhaltung gehabt alle du hattest keine variant du konntest kein persönliches gefühl da rein bringen und das ist die große stärke von der alten welt und auch das was ich immer versucht habe zu vermitteln die alte welt ist nicht einfach nur die alte welt oder irgendwelche figuren die du im laden kaufen kannst nein das ist gefühl wenn du ein regiment freischere aushebst ein regiment schwertkämpfer aushebst dann verleihst du diesen figuren gefühl du du bemalst du erschaffst sie du Zeit und Mühe rein und dann spielst du mit deinen Kumpels und du kämpfst dann wirklich mit Spaß und Freude an diesem Spieltisch und das ist für mich der Geist des Hobbys und das ist für mich die alte Welt diese schönen vertrauten Figuren die dieses heimelige nach Hause kommen in einem Auslösen und das ist der Zauber Das was du vorhin gesagt hast auch gerade so dieses du hast nicht viel Klimbim drumherum und so weiter das ist ja auch etwas das hören wir regelmäßig wenn wir uns mit Leuten aus der Community unterhalten die sagen die sind wunderschön die Modelle von Games Workshop würde ich mir aber nicht kaufen aufgrund von ist mir zu viel Gebimsel dran was ich bemalen müsste und darauf habe ich keinen Nerv Ja genau Das hast du mit den alten Figuren definitiv nicht und du kannst sie vor allen Dingen auch umbauen du hast bei diesen schönen vertrauten Figuren hast du die Möglichkeit wunderbare Umbauten zu machen das hast du mit wenn du zig dutzende Details an Figuren hast dann kannst du nichts umbauen du kannst keine Varianten reinbringen wenn diese Speerträger alle dieselbe Pose haben und zig Geschnörksel an sich haben dann kannst du nicht mal sagen gut ich schneide jetzt mal hier den Arm ab und mach da eine andere Hand dran oder eine andere Waffe das geht nicht weil die Proportion nicht stimmt zum einen und zum anderen weil überall die Bamsel dran hängt Was danach wieder nicht zusammenpasst Genau und diese Freisteller die Schwertkämpfer die dann später herauskamen das waren Tag und Nacht die sechste Warhammer Fantasy Edition das war so ziemlich die prägendste für mich zum Beispiel da gab es ja die Box wo du die Helle Bardiere und die Schwertkämpfer bauen konntest ja und dann auch die Freisteller und du konntest es alles wunderbar miteinander vermischen ja dann hattest du die Zombie Box zum Beispiel von den Untoten du konntest alles miteinander verbinden weil die Designer alle am selben Design sich orientiert haben und an derselben Methodik also einzelne Torsi einzelne Beine einzelne Arme einzelne Köpfe und wenig Gebamsel ja das war das das war das Entscheidende daran und das das ist bei den ganzen neuen Figuren sicher wie gesagt die sind schön auf ihre Art und Weise möchte ich gar nicht bestreiten aber die Möglichkeit Gefühl oder eine eigene Seele diesen Figuren einzuhauen die haben mir der Zeit abgenommen also für mich meine persönliche Wahrnehmung um Gottes Willen ich möchte da nichts irgendwie schlecht reden ja soll ja jeder seine Imperiumsarmee seine Org-Armee sammeln oder wie er möchte aber für mich je älter Figuren sind ich bin halt ein hoffnungsloser ein Nostalgiker je älter die Figuren sind desto desto lieber habe ich Sinn würde mich gerne der Frage des Alters der Figuren noch von einer anderen Seite nähern und zwar dass man den Figuren vorwirft dass sie alt sind und dass sie deshalb minderwertig oder defizitär sein aufgrund des Alters ist letztendlich ein Scheinargument man suggeriert hier durch die Bezugnahme auf das Alter dass da etwas Objektives hinterher würde warum die schlecht sind etwas Messbares nämlich gerade eben das Alter das ist aber letztendlich nicht wahr denn das Alter selbst ist völlig irrelevant es steht hier nicht das Alter der Figur im Raum sondern letztendlich steht zur Diskussion das Erscheinungsbild genau worüber ihr die ganze Zeit gesprochen habt Figuren sind Ausfluss einer Zeit eines Zeitgeistes und der kann einem gefallen oder eben nicht aber es ist aber es ist natürlich ein ganz großer Unterschied ob ich sage die Figuren gefallen mir nicht was ja offensichtlich eine subjektive Haltung ist die die ist nicht richtig oder falsch die ist einfach so das ist auch völlig in Ordnung aber dann zu sagen die sind alt geht an der Sache vorbei und ich möchte gerne das mit einem wunderbaren Beispiel nochmal hinterlegen und zwar White Dwarf 85 aus 2003 unter anderem erschienen sind hier die Streitwegen denen wird ja nun auch immer vorgeworfen und da sind ja die alten Skelettpferde die ich genauso wie Balduin einfach liebe halt aber sagt wir haben vorgeworfen diese aus 1993 äh 1993 stammenden Skelettpferde ganz fürchterlich ne und Januar 2003 erschienen super alte Figuren die sind alt die sind schlecht interessanterweise sind hier auf Seite 3 auf Seite 4 des White Dwarfs sehen wir Chaos Space Marine Predator erschienen das heißt der Chaos Space Marine Predator ist exakt genauso alt wie die Streitwegen ich hab mein ganzes Leben noch niemanden gesehen der sagt dass das Modell des Land Raiders das ja nochmal 4, 5 Jahre älter ist dass das Modell des Land Raiders das Reno Modell das Predator Modell oder die entsprechenden Chaos Varianten dass das schlechte oder defizitäre Modelle sein weil die aus schon aus weil die alt wären das ist natürlich Quatsch das Alter ist ja völlig irrelevant es geht um das Erscheinungsbild und den Stil und der Stil selbst ja der ist halt so wie er ist den kann man mögen oder eben nicht halt jetzt musst du aber aufpassen sonst kommen gleich die Hexenjäger und verbrenn dich auf den Scheidhaufen so ich muss jetzt mal so ein bisschen ja wieder ketzerisch fragen was man ja auch in der Community gehört hat ist einfach dieses Hilfe Hilfe meine Armee ist da gar nicht bei Tja das das als ich das zum ersten Mal gehört habe so wie keine Skarven wie keine Vampirfürsten das kann doch gar nicht sein keine Oger also erstmal natürlich diese 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 berühmten Phasen der Wahrnehmung weißt du so erstmal so Verwirrung Beängstigung Zorn Wut Erkenntnis weißt du so dieser Ablauf und da habe ich einfach gesagt ja es kommt alles wieder lass denen doch erstmal ein bisschen Zeit die konzentrieren sich halt erstmal auf die Sachen die sie sich rausgesucht haben die wahrscheinlich laut ihrer Berechnung halt auch am meisten Geld gebracht haben ist nun mal ein gewinndringendes Unternehmen und haben gesagt gut wir machen erstmal das ja ist halt eine völlig andere Herangehensweise als früher du hast halt weniger Völker jetzt ja auf die sie sich fokussiert zum einen und zum anderen haben sie jetzt auch die Armeebücher einfach weggelassen und haben praktisch diese Völker die sie jetzt haben in Bücher gepackt einmal die Guten und einmal die Bösen so und sie haben das vor allen Dingen mit erzählerischen Aspekten gemacht es wird eine Geschichte erzählt und es ist ganz klar relativiert dass die Skarven dass die Zeit in der das Ganze spielt nach den Vampirkriegen ist die Skarven sind in ihrem Bürgerkrieg was man ja nachlesen kann und die Vampirkriege sind halt gerade zu Ende weil wie gesagt dieser Krieg beendet worden ist weil sich die drei Imperatoren zusammengefunden haben und die Vampire besiegt haben die sind also auch raus und die Oger die waren noch nicht aus dem Weltrandgebirge rüber geschwappt zu dieser Zeit weil da noch der große Schlund gerade entstanden ist so bam und die wollen ja eine Geschichte erzählen in der alten Welt ja dass jetzt Kemri und Bretonen da jetzt miteinander interagieren sicher das kann man jetzt wenn man jetzt so geschichtskundig ist wie meine Wenigkeit das Reich der Kemri war ja oder hat der Gruftkönige war ja früher riesengroß das Reich Setras also der oberste Herrscher der Gruftkönige dem sein Reich erstreckte sich ja in den Norden in den Süden in den Westen in den Osten und zu seinen Lebzeiten musste er leider feststellen dass er in seiner Lebzeit nicht alles erobern kann und das ging ja dieses Reich der Gruftkönige ging ja bis ins heutige Imperium nach Bretonnia nach nach Albion hoch bis sogar bis hoch zur Chaos heutigen Chaoswüste bis dahin ging das hoch und als dann dieses Reich zusammengefallen ist als Zetra dann gestorben ist und die anderen Könige dann sich aufgebildet haben da entstand ja dann die alte Welt also die anderen Völker wie Imperium Bretonnia Estalia Thalia das ist ja eine Sache von mehreren mehreren Jahrhunderten wo sich das also eigentlich 2000 Jahre wenn nicht sogar noch mehr und da wo heute Bretonnia ist dort gab es ja auch Gruftkönige die heutigen die halt auch ihre Grabstätten hatten unter dem unter den Gebirgen unter den Hügeln unter den es gibt ja Grüft und alles das ist meine meine Deutung der Dinge und dass die halt jetzt mit den Bretonen und die Gruftkönige dass da halt der Grund entstanden ist auch ja auch die Kreuzzüge oder was ist die die Kriegszüge sag ich mal der Bretonen nach Süden spielt ja auch in die Runde mit rein also das war so ein also ich versuche jetzt nur so objektiv alles so ein bisschen zu betrachten für die alte Welt warum jetzt Bretonen und die die Gruftkönige rausgekommen sind ja das ist so die die Sache Hauke wie ist denn wie ist denn bei dir was kannst du den Leuten gegenschleudern also ähm die sogenannten Legacy-Listen die jetzt äh eine PDF-Armeeliste bekommen haben die sind durch eine Sache alle vereint und zwar die Figuren dieser Armeelisten werden von Games Workshop für AOS produziert das heißt diese Armeen die PDF-Armeelisten bekommen haben brauchen gar keine neuen Releases da es im Prinzip alles gibt es gibt für die Ex-Inmenschen alles es gibt für die Beastmen alles Beastmen sind eine Ausnahme aber die Ogre zum Beispiel oder die Dunkeleifen die Figuren oder auch die Skapen sind alle verfügbar ähm das heißt die brauchen gar keine neuen Releases weil es das sowieso gibt und vor allem ist es so dass die PDF-Legacy-Armeelisten qualitativ gleichwertig sind mit den Armeelisten aus den beiden Armeelisten-Büchern äh sie haben den gleichen Umfang sie haben ähm die gleiche Tiefe von daher äh verstehe ich nicht wie man sich darüber ärgern kann dass man etwas für umsonst bekommt ich selbst bin auch mit zwei Armeen betroffen mit den Dämonen des Chaos und mit meinen Vampir-Fürsten ich sehe überhaupt gar keinen Grund warum ich mich ärgern soll ich finde das super cool dass die die Armeelisten rausgebracht haben ich finde ich großartig halt und äh der einzige Ansatzpunkt den man sagen kann wo man sagen muss dass die Kritik berechtigt ist ist ich weiß nicht welche welche Amok-Henne von Marketing-Idiot äh bei denen bei Games Workshop die Leute dazu angestiftet hat äh zu propagieren dass Leute die die PDF-Listen spielen nicht am Grand Tournament teilnehmen dürfen was ist ein Quatsch also das 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 kann ich nicht nachvollziehen welcher Idiot das gesagt hat aber damit haben die Leute natürlich völlig recht es ist einfach einfach nicht nicht zu fassen dass die davon ausgeschlossen werden zumal sie qualitativ gleichwertige Armeelisten haben halt also das das ist ein Fauxpas das muss Games Workshop äh gerade ziehen faktisch davon betroffen ist eine Handvoll vielleicht von 60 Personen aber äh trotzdem ist das einfach äh eine unschöne Sache mhm aber ist denn jetzt so wie ich sag jetzt mal so wie früher du kaufst dir ein Armeebuch und hast Angst dass das in äh vier Wochen schon wieder outdated ist droht hier ein Bücherchaos Hauke ne überhaupt nicht ganz im Gegenteil es ist es ist wunderbar alles geordnet also mein mein Geist der immer nach Ordnung strebt äh es fühlt sich hier richtig aufgehoben wir haben zwei wunderbare Hardcover Bücher mit Lesezeichen und allem was dazu gehört wo alle Armeelisten drin sind ich brauche nie wieder andere Armeelisten Bücher Armeebücher zu kaufen was ich kaufen kann wenn ich Bock drauf hab sind die Ergänzung und das ist Betonung Ergänzungsarmeelisten äh in den Journals aber das brauche ich nicht das kann ich halten wie ein Dachdecker halten ne auch insoweit wird mir die Handlungsfreiheit gegeben und nicht eingeschränkt es dreht auch kein Bücherchaos insoweit ist also auch diese Kritik eigentlich Nonsens und der Ehrlichheit halber muss man sagen die Leute die diese Kritik geäußert haben hatten das gar nicht verstanden denn das war eigentlich schon vor dem Release klar wie das gehandhabt wird das haben wir ja sogar bei unserer Sonderfolge Ende letzten Jahres explizit in epischer Breite vorgebetet wenn das die Leute dann trotzdem nicht verstehen dann können wir es auch wieder erinnern also ich war auch immer so noch der Meinung jetzt haben wir ja diese beiden Bücher für gut und für die böse Seite die man sich natürlich erstmal gekauft hat und ich war immer noch dran erinnert an die gesamte Geschichte hier mit lass es mich lügen ich glaube es war die 40.009. Edition die dann plötzlich ja auch hier die Indexbücher rausgebracht haben und dann kamen ja auch plötzlich dann die Kodizes danach wieder raus und diese beiden Bücher waren dann obsolet also du brauchst es ja wirklich dann nicht mehr ich habe so das Gefühl dass das hier auch passiert was ich nicht haben würde wollen aber man ist ja so ein gebranntes Kind weißt du was ich meine also ich habe echt Sorge dass das dann auch wieder passiert man hat wieder dann halt Geld ausgegeben weil man sich gedacht hat von wegen okay ey hast du alles drin du hast auf der guten Seite hast du deine Zwerge drin auf der bösen Seite kannst du meinetwegen nochmal irgendwie so eine Tiermenschenarmee ausheben oder irgendwie solche Geschichten und ich glaube wenn ich bei meinen Tiermenschen angekommen bin dann könnte es durchaus passieren dass man plötzlich Games Workshop sagt von wegen die beiden Bücher kannst du eine Tonne treten weil es kommen wieder die Armeebücher glaube ich nicht ne denke ich auch nicht okay ich denke da eher so dass die da falls falls werden dann in schön gebundenen gebundenen Büchern später dann die Armeen erscheinen die jetzt als PDF raus sind dass die ein richtig schönes Recoming bekommen damit kann ich mich anfreunden das das denke ich auch wir müssen wir müssen bedenken wir profitieren ehrlich gesagt davon dass das Team das hinter TOW steht relativ klein ist die paar Peoples die dafür abgestellt wurden haben Jahre gebraucht um das jetzt erschienene Regelwerk zu veröffentlichen die haben nicht die Manpower um das von heute auf morgen wieder umzuwerfen das geht einfach nicht die müssten den Stab ja verdoppeln um es innerhalb der nächsten zwei Jahre zu schaffen alles 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 neu zu machen von daher denke ich ist die ist die 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 Haltwertszeit der Bücher die wir jetzt haben bedeutend höher als bei der normalen Edition von Age of Sigma oder von 40k oder auch damals von von Warmer Fantasy Battle wobei die Edition sechs ja wirklich lange gehalten hat ich gehe auch davon aus dass die Leute die da für dieses für The Old World abgestellt sind wenn die neue Bücher rausbringen dann tatsächlich das was was Baldwin auch meinte dann irgendwie ein drittes Buch rausbringen halt Forgotten Armies oder Armies of Legacy oder irgendwie sowas halt kommt und dass die dann noch vielleicht ein bisschen hier und dort getwiegt werden und dann vielleicht auch wieder zum Grand Tournament dürfen aber ansonsten glaube ich nicht dass wir Bücherchaos erleben werden ich freue mich schon auf die Säldner ja ja ich weiß gar nicht von wegen so die ganzen Armeen die man so hat und so weiter und so fort wann man die alle bemalen will sammeln will und wann man die auch dann spielen will also ich bin ich bin sehr sehr gespannt meine Zwerge lachen mich auf jeden Fall schon mal an aber wo wir gerade schon bei Regelbüchern sind lass uns doch mal einen Punkt weiter gehen diese diese Kritik die jetzt man so auch durchscheinen hört sowohl bei YouTube bei Insta und so weiter und so fort ist einfach dass manche Leute ja sagen dass die Regeln einfach viel zu umfänglich wären wenn ich da gleich darauf antworten darf und zwar da bin ich da bin ich auch wirklich bin ich bin ich wirklich genervt von von anderen Content Creators und zwar ich möchte jetzt mal mal zum Beispiel jemanden anführen den ich sehr sehr schätze und zwar Phantasos Studio Phantasos Studio macht seit Jahren macht seit Jahren unglaublich gute Internet und YouTube Videos meiner Meinung nach hat Dominik von Phantasos Studio sogar einen der allerbesten allerbesten sozialen Beiträge oder Beiträge in den sozialen Medien geschaltet nämlich vor acht Jahren hat er damals ein Reaktionsvideo auf Deist Beitrag zum Thema schafft die Internet Community die Tabletop Community sich selbst ab damals geschaltet und das an den Beitrag erinnere ich mich noch heute und man muss aber auch sagen so gut die Beiträge von Phantasos Studio sind in ihrem neuen Beitrag fünf Dinge die ich über Tabletop über die über die alte Welt wissen muss über TUV wissen muss da liegen sie leider wirklich neben der Sache und da wird tatsächlich vorgetragen wenn man sich dazu entscheidet The Old World zu spielen dann muss man damit leben dass es umfangreiche Regeln gibt und viele Tabellen das ist falsch es gibt zwei Tabellen einmal den To-Hit-Chart und den To-Boot-Chart ansonsten gibt es keine Tabellen und das ist das ist für mich ein Zeichen dass vielfach einfach Narrative wiedergekäut werden die so eigentlich nicht stimmen und es ist aus meiner Sicht falsch zu behaupten dass wir hier ein unüberschaubares oder umfangreiches Regelwerk haben ganz im Gegenteil es ist genauso Piwi wie du sagst wie bei jedem Spiel vergleichbarer Komplexität das hat halt paar Seiten Regeln du musst es halt nur mit etwas vergleichbaren halt vergleichen du kannst es nicht mit Mensch ärgere dich nicht vergleichen im Vergleich zu Mensch ärgere dich nicht hat die Old World echt viele Regeln im Vergleich zu 40k sieht das genauso aus also was ist das für ein Quatsch schöner Vergleich das stimmt das stimmt also ich ich würde es sage ich mal so beantworten mit schon damals mit Warhammer Fantasy ja mit Warhammer Fantasy war für mich immer so der Anspruch Warhammer The Old World hat das genau dasselbe wie Hauke gesagt hat es gibt insgesamt zwei Tabellen die Treffertabelle und die Verwundungstabelle so und dann hast du halt wenn du die ganz einfachen Basisregeln nimmst ja hast du Bewegen Schießen Nahkampf die Magie fällt völlig raus ja wenn du die ganz einfachen Grundbasisregeln nimmst und und da bin ich ja auch schon dabei zu sagen ja von den Regeln her ist total simpel ein ganz einfaches Spiel man kann aus diesem Warhammer The Old World für Einsteiger um mal Einsteiger freundlich zu sagen sagen ja das passt alles auf eine Vorderseite auf eine Rückseite du hast die verschiedenen Kampfgeschickwerte und die verschiedenen Trefferwurfwerte Stärke Verwundung Rüstungswurf ist alles wunderbar aufgelistet und dann kannst du eigentlich loslegen ja wenn du natürlich die ganzen Sonderregeln noch jede Armee nimmst und noch dies und das nee lass das alles mal weg wenn du einfach nur den Spaß daran hast zwei komplett bemalte Armeen auf einem schönen Gelände zu bewegen mit Maßbändern und Würfeln dann reichen dir zwei Seiten Vorderseite Rückseite zwei Tabellen fertig du musst nicht zaubern du musst keine Spezialrollen oder Spezial-Sonderregel haben musst du gar nicht und ich habe ja schon in das Buch reingeguckt und da ist ja eine da gibt es zwei ganz wichtige Dinge in dem ganzen Buch gibt es eigentlich einen wichtigsten Satz das Spiel soll Spaß machen und es ist vor allen Dingen ein erzählerisches Spiel das sollte man sich immer und ich meine das sollte dann heißt das immer sollen ist immer nicht gut sondern man kann aber ich sage mal wenn man das spielen will the old world dann sollte man versuchen einfach zu bleiben und die Grundregeln mit mit seinem Kumpel zusammen mit Spaß und Spannung dabei von mir auch mit dem Spielleiter wie beim Rollenspiel zusammen ein schönes Spiel spielen ja doch denke ich ich weiß nicht wie soll ich sagen ob wirklich das the old world wirklich ein Spiel ist was sich an Einsteiger richtet oh ja findet ihr schon da ja ich früher auch im Games Workshop in Wiesbaden gearbeitet habe und ja auch Testspiele damals mit der sechsten Edition gemacht habe kann ich das wirklich auch als Erfahrungsbericht nehmen wir haben klein Kevin neun Jahre kommt in den Laden und sagt oh ich möchte ganz gern die Orks spielen okay Kevin dann spielst du die Orks so und der Knirps hatte keine Ahnung von den Regeln und ich habe einfach nur gesagt pass mal auf deine Orks du hast dieses rote Marsband so dieses ganz schicke und du kannst jetzt mit deinen Orks kannst jetzt so 8 Schritte laufen die Zahlen so von 1 bis 12 drauf das sind ja 12 Zoll und du kannst jetzt bis nach vorne schieben so und Richtung vom Feind und dann habe ich immer gesagt jetzt musst du einfach deine Orks müssen jetzt 4 würfeln die ersten 5 Orks da in der vordersten Reihe die hauen jetzt auf die Sperrträger also und genau so ja wenn du die wenn du als Spielleiter oder halt jemand der die Regeln kennt die Grundbasis Regeln hat dann kann man actiongeladene Spiele machen die auch Einsteiger ansprechen und wenn dann dieser Zündfunke des Interesses dieser Hobby Geist dieses Hobby Gespür dann in Kevin groß wird dann möchte der von sich aus mehr wissen das heißt wenn dieses Feuer einmal diese Leidenschaft in einem erwacht ist dann geht man von sich aus zum Regelbuch man liest weiter und man betritt diese Welt und das ist meiner Meinung nach der Weg der richtige Weg auch Einsteiger anzusprechen von daher kann ich nur sagen das Spiel The Old World das ist definitiv einsteigerfreundlich kommt immer nur ganz einfach an was für eigene Kritikpunkte man hat denke ich denke mal unabhängig davon ob Einsteigerfreundlichkeit überhaupt ein relevantes Kriterium ist so muss man auch ganz ehrlich sagen dass die häufig geäußerte Vermutung und es ist ja nur eine Vermutung es hat ja keiner der empirische Erhebung gemacht es ist ja diese Vermutung dass Warhammer Fantasy Battle aufgrund der Dicke des Buches nicht einsteigerfreundlich sei unterstellt letztendlich dass die Menschen heutzutage dümmer sind als früher denn alle Leute aus meinem Tabletop Umfeld die ich kenne die haben in den 90er Jahren als Einsteiger Erfolgreich gelungen es ist auch keiner durchgefallen bei Games Workshop und wurde dann nicht in die nächste Tabletop Klasse versetzt man muss sich natürlich über eins klar sein das ist wie beim Skifahren wenn du Skifahren möchtest und das nicht kannst dann gehst du zum Idiotenhügel und fängst dort an das zu lernen du gehst nicht auf die Buckelpiste das nimmt ein böses Ende und das ist mit Warhammer Fantasy Battle genau das gleiche oder mit The Old World und vor allem dieses Narrativ also wirklich dieses Narrativ des Regelstudiums wo du sozusagen dir dann das Regelwerk nimmst dann meldest du dich hier bei der Volkshochschule an und dann kriegst du da innerhalb einer Vorlesungsreihe von 10 Stunden und du wirst das ganze Buch durcharbeiten und dann noch einen Test schreiben das stimmt ja überhaupt nicht das macht auch keinen Spaß das macht doch auch wirklich niemand was du machst ist doch eigentlich ein Prozess in Gang zu setzen wo du anfängst mal quer durchs Regelbuch zu lesen mal warm zu werden halt wo steht eigentlich was baust du mal eine Armee zusammen nach den Regeln dann stellst du die auf mit deinem Kumpel und dann spielst du mit einer kleinen Armee die dann logischerweise auch nur ein paar Sonderregeln hat wenn dann überhaupt und dann fängst du an das zu spielen und spätestens spätestens nach dem ersten Spiel kann jeder und auch mein Hamster die beiden gefürchteten Tabellen auswendig absolut das ist ja kein Geheimnis was da drin steht oder verbotenes Wissen oder so das kann man schrittweise wunderbar lernen da kann man sich immer weiter vortasten größere Armeen aufbauen Szenarien spielen natürlich kann man das sehen von heute auf morgen das ist aber bei jedem so es ist auch bei jedem anderen einsteiger freundlich Spiel es ist nicht so dass du einfach hingehst und sagst hier gib mal Piwi wie du damals gesagt hast du kommst bei deinem Nachbarn ins siehst die Vitrine und sagst geil bau auf und dann geht das los und dann kannst du das Spiel komplett das gibt's nicht wer ist der Hamster und warum spielst du im Geheimen mit deinem Hamster Warhammer ich will auch so einen Hamster man könnte jetzt sagen von wegen so weil er es kann ich hab gerade Bilder im Kopf ich bin der Hamster in Hauke abzockt der Hamster ist Sir Galahad aber lassen es mal eben kurz dann beleiben es ist ja eine interessante Geschichte wo ihr gerade sagt es ist ja eigentlich relativ einfach eigentlich für Einsteiger also sagen wir mal so es ist eigentlich nicht viel komplexer als die normalen Tabletops die wir da draußen spielen also ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich mich in meinem Hobbyspace hier so umgucke ich habe hier Spiele stehen da muss ich euch ganz ehrlicherweise sagen die könnte ich jetzt rausholen und ich wüsste nicht irgendwie wie ich jetzt das Spiel anfange aufzubauen und wie das dann funktioniert habe ich hier stehen brauche ich immer ein Regelbuch dabei damit ich das irgendwie verstanden habe aber wenn wir so eine Partie the old world quasi starten was empfiehlt ihr denn so an Punktgrößen damit man in das Spiel gut reinkommt also ich würde aus dem Bauch raus sagen 600 Punkte so wie meine früheren 600 Punkte Projekte Armeen aus dem Boden zu stampfen und zum Kennenlernen Hauke da habe ich von dir schon zwischendurch mal andere Dinge gehört dass du sagst 600 Punkte könnte eventuell etwas wenig sein also für jemand der wirklich das allererste Mal Tabletop spielt würde ich auch 600 Punkte vorschlagen oder besser die Armeezusammenstellung sollte aus einem General bestehen und drei Einheiten das halte ich für sinnvoll zwei oder drei Einheiten eine ist offensichtlich zu wenig zwei ist auch ein bisschen eng aber drei kleine Einheiten dass man auch ein bisschen Schlachtlinie hat und sich ein bisschen bewegt das ist gut man muss ja nicht einen Todbringer rausholen und auch nicht zehn Graalsritter das ist nicht notwendig aber dass man so zehn Ungors aber ich will ich doch verlischen genau was ich anderen Leuten die zum Beispiel 40k spielen oder andere Tabletop Spiele kennen also quasi die nicht einsteigen sondern umsteigen den würde ich empfehlen tausend Punkte zu spielen tausend Punkte 1250 das ist aus meiner Sicht eine vernünftige Größe da kann man dann auch Magie schon mit reinbringen und so aber vielleicht ist auch weniger mehr insbesondere um die Anzahl der Sonderregeln begrenzt zu halten ich ich finde wenn wenn du sag mal so alles ich sag mal ganz grob zwischen 600 und 1000 Punkte wenn du da sag ich mal dein General drin hast vielleicht den einen oder anderen magischen Gegenstand um ein bisschen auf die Magie einzugehen du Beschuss hast du Nahkampf hast du hast Artillerie ein bisschen ein bisschen Kavallerie also wo du von allem so ein bisschen was hast wo du alles mal so ein bisschen kennenlernst finde ich das ist auch noch gute Punktgröße zum Reinkommen sag ich mal über was viel oder über welche Menge an Figuren reden wir denn überhaupt das ist der zweite Punkt da war ich da war ich auch nicht amused was da Phantasio Studio gesagt haben das möchte ich mal gerne zitieren was sie in ihrem Video gesagt haben fünf Sachen die wir die du über Warhammer wissen musst die sagen ähm der Beitrag bemüht sich um Sachlichkeit das ist jetzt das ist jetzt nicht 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 irgendwie alles Schrott oder so das nicht aber mit dieser Aussage liegen sie falsch da sagen die halt ähm je nach Armeegröße sind 100 150 oder 200 Figuren keine Seltenheit und fügen dann noch an die Armeeboxen enthalten für die Breton 76 und für die Camry Leute 93 Modelle das sei die Hälfte oder ein Drittel einer vollwertigen Armee und darauf erwidere ich das ist falsch das stimmt nicht ähm denn eine vollwertige Armee ist bereit bereits in den in den Armeeboxen drin nämlich von 1250 Punkten um damit vollwertig zu spielen muss man für die Breton eine weitere Figur kaufen und zwar eine Zauberin dann hat man nicht hunderte von Figuren von 1977 und ich finde das insoweit ärgerlich weil ich hier einfach ein falscher Eindruck gerade für Leute die keine Ahnung haben oder die darüber nicht informiert sind einfach ein falscher Eindruck erweckt wird und gerade solche Leute die nicht informiert sind die sich Rat holen wollen gucken so ein Video und den wird dann so etwas völlig ohne Kontext und Zusammenhang vorgesetzt natürlich kann ich mehrere hundert Figuren in meiner Armee haben aber das ist dann nicht nur eine vollwertige Armee sondern das sind 5000 Punkte und um das mal an mehreren Beispielen klar zu machen in den Armeeboxen sind jeweils 1250 Punkte drin in meiner Nachtgoblin Armee die nur aus Nachtgoblins besteht und eine Themen Armee ist da musst du erst mal drauf anlegen da hab ich bei 2000 Punkten unter 150 Modelle Mattes von den Table Poddies spielt Skaven der hat bei 2000 Punkten ca. 110 Modelle meine Armee Chaos undivided also ungeteiltes Chaos hat 85 Modelle wenn ich eine 2000 Punkte Bretonen Armee spielen möchte dann brauche ich für die Armeebox insgesamt 12 weitere Miniaturen eine Zaubererin die wird dann auf Stufe 3 gesetzt dazu kommen drei Pegasus Ritter und eine Regiments Box mit 8 Rittern also sprich die ich dann zu Grals Rittern umbaue das sind weitere mit einem Banner und so sind das ohne weiteres 750 Punkte das heißt wir sprechen auch nicht hier über hunderte oder 200 Figuren sondern wir sprechen bei den Bretonen über 88 Miniaturen und das ist eine ganz andere Nummer das ist ganz klar in der Größenordnung von Warmer 40.000 drin unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Tabletop Spielen und vor allem das was wir gerade gesagt haben es gibt keine gesetzliche Pflicht mit 2000 oder 3000 Punkten zu spielen es ist durchaus erlaubt auch mit 1000 Punkten zu spielen oder 1250 Punkten und ehrlich gesagt und das habe ich von vielen anderen Personen gehört sind das meistens sogar die besten erzählerischen Spiele überhaupt wenn man zum Beispiel einen Friedhof verteidigt mit 3-4 Einheiten gegen einen Nekromanden der mit 3-4 Einheiten angreift das ist meistens viel interessanter als wenn man mit 3000 Punkten auf 3000 Punkte antritt zumal der normale Mensch hat ja auch meistens nur einen Spieltisch respektive eine Matte auf die er vielleicht 2000 Punkte drauf kriegt mit 4x6 Punkten wenn du 3000 Punkte Nachtgoblins auf deinen 4x6 Fußtisch draufstellst und die mit dem Schneeschieber bewegen willst 300 Stück das ist Blödsinn also lange Rede kurzer Sinn mit 100 Figuren kann man gut rechnen aber es dürfen auch gern weniger sein meiner Meinung nach was man ja hat ist ja durchaus mal wieder so eine Zinnfigur in der Hand muss man ja sagen also im Gegensatz zu Plastik ist mal plötzlich so eine Zinnfigur wieder in der Hand zu haben mal was ganz ganz Erfrischendes das habe ich letztens erst festgestellt ich war auch hier am basteln und am um räumen und so und habe plötzlich eine Figur hoch und gedacht ist auch Plastik nimmst sie hoch und plötzlich so hast einen Klumpen in der Hand so nach dem Motto kommen die Figuren alle die früher auch auf Zinn gewesen sind auch wieder gerade bei den Orks und Goblins sollen wohl einige wieder kommen und auch bei den Gruft Königen sogar da soll was wieder kommen genauso wie auch von den Bretonen die haben erst alle gedacht das ist Resin und so die haben geschrieben die wollen das wirklich einige Figuren wieder direkt in Zinn wieder zurück bringen also unter anderem zum Beispiel den Armeestandarden Träger von den Bretonen zum Beispiel ja den wollen die wieder als Zinn rausbringen ja die sind recht teuer klar keine Frage aber die wollen viele der schönen alten Zinn Miniaturen wieder rausbringen das habe ich gehört das ist auch glaube ich von GW bestätigt ja Hauke du bist auch ein sehr großer Freund von Zinn Figuren ich mag Zinn ich arbeite gerne mit Zinn ich kann verstehen dass Leute da keinen Bock drauf haben dass denen die Bearbeitung zu anstrengend ist weil man in der Tat vielleicht eine Pfeile braucht vielleicht die Sache stiften muss okay aber da kann man darauf verzichten da nimmt man die Figur eben nicht und gut ist ich verstehe insoweit den Kritikpunkt nicht dass man sagt das Zeug ist ja aus Zinn ja aber da brauche ich es ja nicht kaufen halt und es gibt ja wirklich für jede andere Figur also nehmen wir zum Beispiel einen bretonischen Herzog oder bretonischen Armeestandardenträger ich kann wirklich ohne Probleme aus dem Ritter Regiment einen Ritter herausnehmen und mit den vorhandenen Bits die in der Regimentsbox drin sind einen Herzog bauen oder einen Armeestandardenträger das heißt ich habe hier Alternativen also auch insoweit habe ich Freiheit Handlungsoptionen dadurch dass es Zinnfiguren gibt wird meine Freiheit nicht eingeengt sondern erweitert aber ich brauche sie nicht nehmen von daher verstehe ich auch diese Kritik leider nicht denn wenn es nicht Zinn wäre was sollte es denn sonst sein Failcast das ist ja nun auch nicht ernsthaft nur Möglichkeit nein das wissen wir alle das will keiner mehr also ganz ehrlich also das wünscht sich auch keiner mehr zurück die Alternative zu Zinn ist halt es gibt es gar nicht halt das das führt uns nicht weiter halt das Schöne war jedenfalls also wenn ich jetzt mal die Nostalgie zitieren darf das gut an Zinn Figuren ist falls du eine noch nach deinem Gegner werfen das stimmt das hat auf jeden Fall nachhaltig Eindruck bewiesen wenn du mit so einem Ding geworfen hast den konntest doch mal werfen ich hab gewonnen mein Feind liegt am Boden und so konntest du auch das schöne schwere Regelbuch übrigens das konntest deinem Gegner auch bei eventuellen Verlusten direkt über den Schädel ziehen da Ein Kritikpunkt aus der Community möchte ich ganz gerne noch aufgreifen den hab ich persönlich eigentlich überhaupt nicht verstanden also ganz ehrlich allein wie man diese Frage stellen konnte und was die Leute damit haben versucht bei den Leuten die sich für das Spiel interessieren auszulösen zu versuchen das hab ich nicht verstanden die Frage war für wen für wen soll das Spiel denn bitte sein das hab ich nicht verstanden Hauke kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen ja also in der Tat ist diese Frage vielfach gestellt worden von vielen wo da gesagt wendet die sich an Neueinsteiger an Umsteiger also zum Beispiel mit dem Argument halt wenn ich doch schon eine Breton-Armee habe und jetzt neue Breton raus also nicht ich habe eine Breton-Armee die ich auch tatsächlich habe und Games Workshop bringt die alten Figuren jetzt wieder raus denn macht es ja keinen Sinn für mich diese Breton zu kaufen weil ich logik halt das heißt für Leute die das Spiel schon spielen ist das sinnlos und was nicht bedacht wird ist halt dass ich eine Breton-Armee habe zum Beispiel kaufen kann und was ich ganz beeindruckend fand und das möchte ich jetzt auch nicht verschweigen ist die Frage wurde nicht nur aufgeworfen es gab auch eine Antwort und zwar die hat Walduin auch schon mal in seiner YouTube Beiträge vorgebracht und zwar Gregor von tausendviertem Imperator hat eine schöne Erklärung gegeben Gregor kenne ich als netter Typ das steht außer Frage der war auch schon als Gast bei uns ist ganz netter aber aber in diesem Fall hat er tatsächlich Stuss geredet und daran muss er sich leider in diesem Fall das tut mir jetzt leid Gregor grüße ich ihn raus nach Berlin aber daran musst du dich jetzt messen lassen und zwar Gregor hat gesagt und das lese ich jetzt mal vor das bedeutet es wird ein Nischensystem sein und bleiben das sich auf die Leute konzentriert die das sage ich jetzt sehr sehr plakativ nicht in der Lage waren loszulassen die bis heute Warhammer Fantasy nachtrauern und aus vollkommen irrational Gründen Age of Sigma für eine persönliche Beleidigung halten obwohl das mittlerweile ein wirklich gut spielbares System ist und mit einer wirklich eigenen IP die deutlich weniger an anderen Tropes zusammengeklaut ist und so weiter und so fort gebracht hat das ist soweit bemerkenswert weil hier nicht nur die Kritik an einem Spiel geführt wird sondern die Kritik richtet sich ja eigentlich unmittelbar an die Spieler also wird ja gesagt nur die Leute die nicht dazu in der Lage waren das zu verarbeiten die sozusagen defizitäres Sozialverhalten an den Tag legen für die ist das Spiel natürlich hat Gregor das überspitzt gesagt aber das ist in gewisser Art und Weise auch eine Haltung die man in vielen Beiträgen im Internet letztendlich zwischen den Zeilen lesen kann das ist natürlich Kokolores das Spiel richtet sich an genau die Leute wie schon immer nämlich an die die das sehen die so ein Bild sehen von so einer Schlacht Reihe von Warhammer Fantasy Battle und einfach den Mund nicht mehr zu bekommen die sagen Alter ist das geil ich dreh ich dreh durch ich will darüber mehr wissen halt und die Leute haben jetzt die Möglichkeit das zu vernünftigen Preisen zu kaufen halt und die müssen halt nicht zu Ebay gehen und dafür mehrere Organe halt verhökern um sich den Kram halt kaufen zu können die sind wieder im Spiel im wahrsten Sinne des Wortes halt und für die Leute ist das meiner Meinung nach also ich habe mich eigentlich dann auch gewundert und als das dann aufkam so dieses für wen ist das denn eigentlich dieses Spiel in meinem Blickwinkel und in meiner Warte war das einfach so von wegen so ist doch geil da kommt einfach ein neues Spiel in Anführungszeichen sag ich jetzt mal da kommt ein neues Spiel wo ich die Möglichkeit habe das zu spielen was ich was ich cool finde natürlich hätte ich Kings of War spielen können das ist auch ein tolles Spiel mag ich auch sehr gerne ich hätte Saga spielen können das ist auch ein tolles Spiel aber es ist doch halt auch eine Art wie ich finde Bereicherung für den Markt dann genau den Leuten das zu geben worauf sie Bock haben doch alles gut warum denn dann so eine blöde Frage stellen das ist so nach dem Motto keine Ahnung ich habe jetzt Bock auf Bananen kauf mir beim Edeka kauf ich mir zwei Bananen und dann sagt er hinter mir steht vor dem Weg so wieso kaufst du jetzt Bananen ja die sind die sind nicht krumm die sind nicht krumm die müssen krumm sein nein gruselig also ich ich kann halt einfach dazu sagen der Gregor hat das halt sag ich mal so wie der Hauge schon gesagt ein bisschen überspitzt gesagt ich habe mich auch schon ein paar Mal beim Gregor entschuldigt dass ich vielleicht ein wenig überreagiert habe in anderen früheren Videos aber im Großen und Ganzen geht es mir ja genauso wie der Hauke das gesagt hat ich freue mich einfach dass die Hobbyleuts die viele Jahre lang mit mir zusammen diese alte Welt immer noch gelebt haben also ich als Hüte der alten Welt diese Fackel immer wieder hochgehalten habe immer wieder das hat ja Kraft gekostet und ich war jetzt endlich ich war einfach nur froh es war für mich wie so ein als wäre so ein Stein von meinem Rücken runtergefallen so ja es ist es ist endlich wieder da ich kann endlich in in Games Workshop laden gehen wo es in den nächsten Monaten Schrägstrich Jahren endlich wieder Leute geben wird mit denen ich mich über mein Lieblingshobby unterhalten kann und wo ich endlich auch mal Menschen treffe die auch über mein Hobby Bescheid wissen selbst wenn selbst wenn die Leute 40k Age of Sigmar Blood Bowl War Cry spielen was weiß ich immer das man ist wieder ein Teil dieser Hobbygemeinschaft und und das macht mich einfach nur glücklich und alles andere ob sich jetzt jemand darüber aufregt oder ob jemand das nicht gut findet oder was weiß ich oder ist mir eigentlich völlig egal ich freue mich einfach mit vielen anderen Menschen über die Möglichkeit endlich wieder mein Warhammer Ränge und Flanken Spiel zu machen und ich freue mich einfach auch mit so vielen Menschen das zu teilen es ist so ich habe gerade heute eine Sendung gemacht ich habe gerade heute einen Stream gemacht ich habe mich mit den Leuten nur einfach darüber unterhalten wie es ist seine Armee aufzubauen es ging auch überhaupt nicht um Punkte oder irgendwie Taktiken oder sonst irgendwas es ging überhaupt nicht um nichts Strategisches es ging nur darum ich würde ganz gern endlich diese Einheit endlich wieder aufbauen jetzt kann ich mir endlich die Schwert meistern oder ich kann mir endlich mein Org Regiment bauen so wie ich es schon immer haben wollte und nie machen konnte es war ja so dass viele Leute gerade zu Warhammer gekommen sind als es eingestampft haben wo ja dann Warhammer Total War rauskam wo dann Leute gedacht haben wie geil ist das denn ja ach übrigens das gibt es im Laden mit Figuren dann sind die in den Laden und dann gab es die Figuren nicht mehr jawohl ja die Welt ist kaputt also diese Menschen die gerade angefangen haben diese Welt zu lieben zu sagen oh ich möchte aber auch Figuren haben die haben jetzt nach neun Jahren haben sie die Möglichkeit zu sagen ja geil ich nehme einmal alles ja und dieses Gefühl das ist so und ich kann es endlich ich kann es endlich sagen ich kann es raus in die Welt schreien und ich so geil mein Warhammer ist wieder da ja und das ist so das ist über allem andere erhaben und soll jeder seine Meinung darüber haben ob gut ob schlecht ist mir eigentlich furzegal ja ich freue mich einfach und ich kenne viele die sich auch freuen und das ist für mich absolut im Vordergrund ja du bist einfach glücklich das hört man auch durch das hört man auch durch ja wenn jemand meckern und motzen will soll er machen sein Problem nicht meins ich freue mich wie ein Keks wenn ihr möchtet hätte ich jetzt noch einen weiteren Kritikpunkt für euch um den es sich zu diskutieren löhnt es wurde gesagt dass GW jetzt endlich seine Altbestände von Figuren die sie im Keller gehortet haben einfach jetzt beginnen kann weil das musste raus das Zeug ja da weiß ich auch nicht was man dazu eigentlich sagen soll also das das Ganze zeugt von einer kindlichen Vorstellung wie so ein Wirtschaftsunternehmen funktioniert also wenn man sich denkt dass die jetzt 2015 gesagt haben wir zerstören jetzt die alte Welt und jetzt haben wir noch in unserem Lagerhaus im Lagerhaus 2 haben wir noch die ganzen alten Gussrahmen von den Bretonen und im Übrigen von jeder anderen Armee alles einmal alles was machen wir denn damit ja lass den Scheiß da mal liegen Alter ist egal so und dann lagern die das neun Jahre im Lagerhaus oder sagen wir mal im letzten Jahr haben sie so langsam angefangen mal die Kartons wieder rauszuholen zu sortieren und um es dann zu verpacken und zu verkaufen das ist natürlich absoluter Blödsinn da wurde überhaupt nichts gelagert Lagerspace ist unglaublich teuer halt das ist viel viel teurer als die Materialkosten oder wahrscheinlich auch als die Maschinenlaufzeiten die dahinter stehen halt also es ist einfach viel viel günstiger die Scheiß wegzuwerfen und bei Bedarf neu herzustellen halt es ist Quatsch und man muss dazu aber auch sagen auch hier gelten wissenschaftliche Prinzipien wer solche extravaganten außergewöhnlichen Behauptungen aufstellt der muss dann aber auch irgendwelche Belege für so ein für so eine Vermutung halt vorbringen ansonsten ist es ehrlich gesagt dummes Gelabern ich finde schön es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen ich finde übrigens schön dass du gerade das Wort Bullshit eigentlich sagen wolltest dir es aber doch gerade noch mit dem letzten mit dem letzten Zungenschlag noch so von der Lippe gekratzt hast ja und und vor allem vor allem ist es auch Nonsens denn man muss es ist ja noch nicht mal in sich logisch schlüssig denn wenn es so wäre dass das jetzt im Lagerhaus 2 bei Games Workshop diese ganzen Gussrahmen fast ein Jahrzehnt lang gelegen haben ja warum hat denn nur der Kram dort gelegen von den von den Bretonen und den Camry Leuten so was ist denn eigentlich mit dem Oger Kram oder mit den anderen Armeelisten den Legacy Armeelisten ne was ist denn damit passiert das wurde bei Age of Sigma weiterverkauft oder wie das ist nicht da das ist doch Quark die ganzen Bretonen die wurden die Bretonenbestände wenn man sich mal erinnert nachdem nachdem Age of Sigma startete gab es ja durchaus bretonische Einheitenkarten du konntest die Bretonen ja weiterspielen die sind ja alle Schritt für Schritt aus dem Online-Stop verschwunden und dann gab es die nicht mehr weil die nicht mehr nachproduziert waren das heißt der alte Lagerbestand wurde von Games Workshop tatsächlich verkauft vermutlich bis zu einem gewissen Mindestbestand den man dann aller Wahrscheinlichkeit schlicht und ergreifend vermichtet hat und dann sagt ihr komm die letzten 30 Bretonen die schmeißen wir weg hat kein Bock sich irgendeiner noch drum zu kümmern das einzutüten halt das ist viel zu teuer so wird das irgendwie gewesen sein ja genau ja aber genau so das ist das ist genau so ein so ein außergewöhnliche Behauptung wie diese andere abstruse Behauptung dass Games Workshop The Old World rausgebracht hat mit dem Ziel das Ganze scheitern zu lassen um dann zu sagen wir haben es ja noch mal versucht mit der alten Welt aber wir wollen es einfach nicht weil es keinen Sinn macht ja genau das machen Unternehmen so das ist doch total normal ja das das ist eine Behauptung man würde halt sagen wenn man sich mal diese Armee Bücher anguckt und das Grundregelwerk und die neue Verpackung und alles was dahinter steckt die Internetseiten die interaktive Karte all diese Arbeit von mehreren Personen die mehrere Jahresgelder gekostet haben wir sind hier in einem Investitionsvolumen von garantiert siebenstelligen Beträgen all das machen wir sozusagen für eine für eine Feigenblattaktion damit wir scheitern wer so etwas ernsthaft behauptet der muss dann aber auch Belege dafür bringen der kann das nicht einfach nur erzählen und wenn das einfach nur so erzählt wird dann muss man sagen dann ist es das was es ist es sind einfach Latrienparolen Man könnte es auch sagen ach wirf den Ring doch einfach ins Feuer Genau Man könnte es einfach sagen Hauke du hast ein du hast ein Zitat rausgesucht von einem User dürfte ich das mal eben vorlesen Klar Das ist also von Wuotani Ruoperat 8410 ich weiß nicht ob man das richtig ausgesprochen hat oder irgendwie sowas aber das das war für mich so ein Augenöffner als ich das gelesen habe wie manche Menschen da draußen ticken Also ich zitiere Klar werden nur alte Modelle angeboten So kann man zu völlig überzogenen Preisen den alten Lagerbestand unters Volk bringen Geile Ausrede dass man nur so wenig Völker anbietet Ist ja nicht so dass es die anderen Völker von Karl Franz nicht gab oder sie nicht aktiv waren Was GW hier versucht abzuziehen ist simpel Möglichst viel Cash mit möglichst geringem Aufwand zu generieren Aus dem Grund werden auch viele Modelle nach Forgeworld ausgelagert Sorry Ich bin seit über 30 Jahren Warhammer Fan und kann echt nicht verstehen wie man diesen Mist von GW nur unterstützen kann Ist auch wieder geil Ich will meine Professionalität und mein Was ich weiß will ich unterstreichen indem ich nochmal so eine Zahl reinschreibe Ich bin seit über 30 Jahren Warhammer Fan Was soll ich sagen Das ist halt wieder jemand der halt einfach nur sauer ist Der hat halt einfach keinen Spaß mehr im Hobby und er tut mir ja eigentlich nur leid Also ich meine ich finde es schade dass er halt das so sieht und nicht sagt Oh cool ich kann endlich meine ich kann endlich meine Bretonenarmee jetzt endlich endlich aufbauen oder kann endlich mit meinem Kumpel wieder spielen Weißt du ich meine so er sieht halt er sieht halt das Schlechte und ich sehe halt das Gute und ich finde es halt schade für ihn Tut mir leid der arme Kerl Auf der anderen Seite muss ich aber auch immer dazu sagen so wie Hauke es so ganz prägnant gesagt hat von wegen so es kam nie die Games Workshop oder die Tabletop Polizei vorbei hat euch zu Hause die sechste Edition Warhammer Fantasy weggenommen und eure Figuren weggenommen oder irgendwie sowas und hat gesagt von wegen so wenn ihr das jetzt spielt ist das Propaganda und Propaganda wird verbrannt So Das ist ja niemals passiert Ja genau das ist doch niemals passiert das heißt also diese Leute die sich jetzt drüber aufregen und so weiter und so fort die hätten doch alle in ihrer Bubble bleiben können und sagen können okay alles klar GW hat es kaputt gemacht ja gut dann bleibe ich halt bei dem wo ich jetzt dann vielleicht gerade bin und spiele dann erstmal nochmal weiter die sechste Also ich möchte mal ganz kurz mal einhaken und zwar zu ich habe ja früher 40k gespielt um das mal als Beispiel zu nehmen und meine letzte Box von 40k war damals Sturmlandung auf Blackreach um mal da jetzt in die Richtung kurz zu gehen und danach habe ich mit 40k aufgehört weil dann immer wieder Regelupdates kamen und dann kam eine neue Edition dann kamen wieder Regelupdates dann kamen wieder neue Edition und ich bin irgendwann einfach nicht mehr mitgekommen ich meine mein Hauptthema war sowieso Warhammer Fantasy keine Frage aber nur um das mal als Beispiel zu nehmen wenn du halt permanent zugeballert wirst mit ständig neuen Regeln und alles und das hat mich irgendwann frustriert und dann habe ich gesagt wisst ihr was ich höre auf damit und ich fokussiere mich lieber auf etwas was ich liebe was mir Spaß macht also das Warhammer Fantasy und versuche die positiven Aspekte davon zu sehen und die Dinge die mir einfach keinen Spaß mehr machen die lasse ich hinten runterfallen das hat der Hauke ja so schön am Anfang gesagt dass er seine ganzen anderen Sachen so ein bisschen ausgesourced hat beziehungsweise weggetan hat und sich halt nur noch auf die Dinge konzentriert die er halt mal haben möchte die ihm was bedeuten ja und so ist es halt auch glaube ich wenn jemand seine seine Leidenschaft sag ich mal so hat also wenn er seinen Frust über die Leidenschaft stellt dann dann tut es mir einfach nur leid für für die Leute die immer darauf rumschimpfen und sagen oh GW scheiße also die das Schlechte über das Gute stellen ist traurig traurig weil man kann so viel Spaß an diesem Hobby haben finde ich mit so vielen tollen Leuten die einfach nur fröhlich sind ich würde sonst ja zum Fazit übergehen ehrlich gesagt ja lass uns doch mal zum Fazit kommen das ist doch das ist doch eine Idee also ich fasse das mal kurz aus meiner Sicht zusammen also innerhalb der Games Workshop Welt ist auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Armeeboxen und die bisher erschienenen Produkte insgesamt im Querschnitt absolut in Ordnung und der Vorwurf dass das überteuert sei ist zumindest insoweit ungerechtfertigt als man es im Vergleich zu anderen Games Workshop Produkten es ist teuer das war teuer es wird auch teuer bleiben aber es ist jetzt nicht besonders teuer oder besonders noch teurer das Regelwerk gefällt mir sehr gut ist aus meiner Sicht solide und von der Komplexität mit 40k völlig vergleichbar unterscheidet sich letztendlich im Detail aber vom vom groben Aufbau ist es identisch meiner Meinung nach aus meiner Sicht hätte es auch weniger Sonderregeln geben können also ich finde besonders Sonderregeln ärgerlich für die man Buchhaltung machen muss Sonderregeln die man nur einmal im Spiel anwenden kann das finde ich kritisch darauf hätte ich verzichten können ansonsten bin ich mit dem Regelwerk völlig d'accord was ich als großes Problem sehe ist die Verfügbarkeit der Produkte insbesondere der Einzelboxen Games Workshop muss ja ganz klar sofort nachliefern also im wahrsten Sinne des Wortes es muss möglich sein dass man sich eine Ritterbox kauft oder eine Streitwagenbox für die Camry Leute ich denke das wird alles kommen da müssen wir einfach Geduld haben aber es muss auch kommen also keine zwei Meinungen und es muss auch vernünftig verfügbar sein dass es jetzt Lieferprobleme gibt okay Games Workshop hat das verkauft was es verkaufen wollte was es produziert hat von daher ist es aus Games Workshop Sicht ein Erfolg weil sie alles verkauft haben was sie produziert haben mehr erfolgreich kann man nicht sein als Kaufmann aber sie müssen jetzt nachproduzieren das ist absolut wichtig denn sonst sonst haben sie sich ja sonst schlägt das irgendwann tatsächlich in Ärger und Enttäuschung um und das wäre schön weiterer Punkt die Ad-Hoc Finanzierung ist aus meiner Sicht problematisch also die es muss es muss möglich sein dass man mit weniger finanziellen Aufwand pro Monat das Spiel vernünftig bestreiten kann es kann nicht so sein dass man am 7. Januar hunderte von Euro ausgibt um das um das um hier irgendwelche Sachen zu kaufen die es dann monatelang nicht gibt ähm das ist das ist kein Zustand ähm okay das alles soweit aus meiner Sicht insgesamt völlig positives Feedback Lieferung Lieferprobleme müssen behoben werden ansonsten bin ich damit absolut glücklich äh mein Traum ist wahr geworden ich sehe das Ganze jetzt mal aus so einer aus einem Blickwinkel dass ich vielleicht mal sage von wegen ich will jetzt Games Workshop als Unternehmen jetzt gar nichts ankreiden sondern ich gucke jetzt einfach mal rein auf das Spiel so nach dem Motto ähm ich hatte irgendwann jetzt noch mal die Chance dass ich über äh Umwege an die Bücher reingekommen bin also zum einen über über Pickup Pro Felix er hatte ja noch diese diese deutsche Version der der ähm Bücher für die für die Bösen Fraktion und äh der liebe Michael von TWS ist ja ähm noch zum Zwergenfürst für mich gegangen und hat nochmal ein Regelbuch geholt und da bin ich jetzt am Lesen drin und ich bin immer noch vorne im Fluffteil und ähm fühle mich bis dato einfach sehr sehr unterhalten ich habe noch nichts irgendwie über die Regeln gelesen ich habe noch nichts irgendwie geguckt wie ich denn meine Zwerge aufbaue außer dass ich hier so so eine Art Standardregiment was man mit Sicherheit irgendwo immer gebrauchen kann halt auch schon ausgedruckt habe und die erste Farbe ist da auch schon drauf ähm aber ansonsten muss ich einfach sagen fühle ich mich einfach einfach wohl das ist einfach ein schönes ein schönes Spiel vom Hintergrund her und ähm ich bin mir ziemlich sicher wenn wir die ersten Spiele machen dass ich genau in diesem Gefühl drin bin wo ich sage von wegen so es fühlt sich an wie Warhammer und nicht in dieser One-Page-Rules-Variante wo ich dann sage von wegen so es sieht aus wie Warhammer aber es spielt sich wie One-Page-Rules was im Grunde genommen erstmal cool ist aber es fehlt was und es fehlt so richtig was und ähm da schlägt jetzt ganz genau The Old World wieder mit in die Kerbe mit rein dass ich ein in sich geschlossenes Ökosystem habe wo ich mich sehr sehr wohl fühlen werde mit Sicherheit also von daher ähm natürlich hat Games Workshop da Probleme und äh die du auch angesprochen hast Hauke sind auch richtig und wichtig dass die angesprochen werden ähm aber ich gehe erstmal jetzt beim Spiel erstmal gucken und lass mich überraschen was mich in diesem riesen Wälzer an Buch dann auch noch so ja so 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 begegnen wird gerade so im Bereich der Zwerge was kann ich mit den Zwergen alles machen und da werden mit Sicherheit auch Sachen reinkommen wo ich sage Alter das wusstest du früher schon ne also die Einheit war damals schon geil und so ne also solche Sachen die werden mit Sicherheit dann reinkommen da freue ich mich sehr sehr drauf also mein Fazit von dem was äh jetzt so alles besprochen wurde und jetzt so zusammengefasst ist es so ähm dass wir eine Welt betreten die viele von uns sag ich mal so schon ähm die sehr vertraut ist aber doch wieder ganz neu ist weil wir die Veteranen die seit vielen Jahren dabei sind die die Welt ja kennen ähm sind alle zusammen genau auf derselben Kennenlernstufe wieder wie die Neueinsteiger oder auch Leute die aus ähm Woheimer Total War kommen und das ergibt für mich so als Fazit ein Gesamtkonklamerat aus wie geil wird das denn wir haben die ersten Schritte in diese neue alte Welt getan und sind jetzt dabei alles für uns jeder für sich ganz individuell alleine kennenzulernen festzustellen es mit Freunden zu teilen und es werden Freundschaften entstehen und das Fazit daraus ist ich hab damals meine heutigen Freunde meinen Warhammer Fantasy Gang kennengelernt als sie zu Beginn der Warhammer Fantasy 6. Edition in den Laden gekommen sind als es ganz neu rauskam die Warhammer Fantasy 6. Edition und da hab ich meine heutigen Freunde kennengelernt 2000 2001 und diese Freundschaften halten bis jetzt und das finde ich ist doch ein sehr positives Fazit wenn man das Hobby aus der guten Seite betrachtet aus dem halbvollen Glas das nehme ich mit für mich ist das Hobby ein halbvolles Glas mit Spaß lieber Balduin vielen Dank dass du heute dir die Zeit genommen hast mit uns hier über viele Kritikpunkte die die Community da draußen hat einfach mal zu sprechen und dass wir die auch vielleicht irgendwie aus dem Weg räumen konnten für uns also für mich auch ganz ganz wichtig sind da viele Kritikpunkte bei gewesen die ihr auch dann ja wirklich ich muss ganz ehrlich sagen ich will nicht sagen zerstört hat aber vielleicht eine andere Sichtweise auch dann getroffen habt und auch vielleicht für euch da draußen eine völlig andere Sichtweise geschaffen habt so dass ihr vielleicht doch ein bisschen eher in die Versöhnung mit reingehen könnt was the old word angeht und von daher mir bleibt nichts anderes zu sagen als wir hören uns beim nächsten Mal wieder Hauke Balduin vielen Dank Geil Herzlichen Dank Macht's gut Tschüss Herzlichen Dank Tschüss 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 Tschüss